Aus meiner Sammlung historischer Briefe 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 Ich habe diesmal außerdem etliche der Briefe gekürzt Und nur Ausschnitte aus ihnen eingelesen Einzelne unleserliche Worte an den Briefen Werden mit einer kurzen Pause beim Vorlesen markiert Alfred steht damals mit seiner Funkeinheit In Ungarn am Plattensee Während weiter im Norden Der Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte In Weißrussland und Polen kurz bevor steht Ist die Lage in Ungarn vorerst noch relativ ruhig Alfreds Funkeinheit in einem Ferienort am Ufer des Balaton Ist weit jenseits des Kampfgeschehens Einzige Gefahr sind gelegentliche Luftangriffe Sein Dienst lässt ihm jede Menge Freizeit Um am Strand zu liegen Mit den trotz der nahenden Roten Armee Immer noch aus Budapest zur Sommerfrische An den Balaton fahrenden Ungarn Kontakte zu knüpfen Und seiner Freundin Isabella in Deutschland zu schreiben So beispielsweise in ihrem ersten erhaltenen Brief Vom 18.06.1944 Heute steigt etwas noch nie Dagewesenes Ich schreibe einem Mädel an einem Tag zwei Briefe Darauf kannst du dir etwas einbilden Denn damit beweise ich dir gleichzeitig Dass du mir bis jetzt von der weiblichen Welt Am meisten bedeutet hast Wollen wir uns nicht mehr streiten Und uns wieder verstehen Denn wir brauchen ja doch einander Stimmt's? Du fragst mich, was du machen kannst Damit ich wieder gut werde Mir schön schreiben bis zum Urlaub Und mir dann extra einen innigen Kuss geben Obwohl beide bisher erst Eine rein briefliche Beziehung führen Scheint Isabella, die wie Alfred Aus einer frommen katholischen Familie kommt Sie schon einen Kopf darüber zu zerbrechen Ob es denn nicht sündig ist, wenn sie schon unverheiratet miteinander schlafen sollten Zumindest legt das dieser Brief Alfred zum 1.07.1944 nahe Er will nun heute zu deinem zweiten Brief, den ich ja noch beantworten muss, kommen Aber heute kommt es kaum zu vier Seiten, denn ich bin müde Du fragst mich nach dem Kriegsende Weiß jeder von uns allen nichts Genau, wann ich mit Urlaubssperreende rechne Bin ich ebenfalls so dumm Ferner schneidest du das Thema an Verheiratet, dann gibt es keine Sünde mehr Verstehe gut, was du meinst Weil, soweit ich dabei unterrichtet bin Teilen sich unsere Ansichten etwas War ja auch noch nicht verheiratet Nehmen wir an Auszüge aus dem nächsten Brief Ungarn 8.7.44 Meine liebe Isa Als erstes innige Grüße aus der Ferne von mir Was wir doch an Papier vermahlen Ob es am Ende auch einen Zweck gehabt hat Augenblicklich hat es schon einen Zweck Wir bringen unsere Gedanken zu Papier und erfreuen uns gegenseitig dadurch Aber soll es nicht vielleicht noch einen höheren Zweck haben Will nun etwas auf deinen Feiertagsbrief eingehen Liebe Isa, so gut du es auch mit mir meinst Bedauern brauchst du mich gar nicht Denn ich habe es schöner als du Nach meinem Nachtdienst habe ich anderthalb Tage frei Also mehr freie Tage als du Dann plage ich mich körperlich auch gar nicht Während meiner Arbeitszeit Während du dich abschuften musst Beim Fuchsen in der Landwirtschaft Na, so hatte ich es auch noch nie War immer an der Front Nun maßt du dir schon aus Ungefähr wie sich unser erstes Treffen gestalten könnte Ihr mal wieder im alten Amt Als Vermittlerin So wie du befürchtest Stelle ich mir das gar nicht vor Einmal ohne ihrem Gott Warum können wir uns nicht allein treffen Wir sind doch keine Kinder mehr Und können einander auch allein bestaunen Warum zerbrechen wir uns eigentlich jetzt den Kopf über noch ungelegte Eier Schau mal Lisa, du traust mir alles zu Wenn ich dich liebe, lasse ich doch gar nicht zu Dass man sich über dich lustig macht Wenn ich auch gerne jemand aufziehe Aber das mache ich doch bei dir nicht Und auf die Frage, ob er sie an einen Wallfahrtsort begleiten würde Das kann ich dir auch nicht richtig beantworten Kann mir gar kein Privatleben und dann Wallfahrten mehr vorstellen Jedenfalls bin ich noch immer ein überzeugter Katholik Und spars auch nie beim Entlauben Aber auch wieder kein Betbruder Und hier einige Eindrücke von Alfreds Vorerst recht entspannt wirken im Kriegsalltag am Plattensee Das Wetter ist bei uns seit einigen Tagen wieder wunderschön Etwas übertrieben heiß, aber man gewöhnt sich dran Umgekehrt, kein Tag, wo ich nicht zwei bis dreimal baden gehe Kannst du schwimmen? Schade, könnten wir so schön zusammen baden und schwimmen Man kann 300 Meter hinein noch im Wasser stehen Außerdem, das Netteste für uns wäre der Rudern Ein Mann bote und für zwei Himmlisch wäre das, liebe Isa Wir könnten, um ungestört allein zu sein Mal weiten die See hinausrudern Oder auch am Ufer verschwinden für jedermann Da gibt es Stellen wie im Paradies so schön Liege oft allein an so stillen Orten Und lasse meine Gedanken kreisen Lausche den Vögeln und das Rauschen der Wellen Hier ist es doch zu schön, Isa Vom 7.7.44 Stammt dann der erste erhaltene Brief Isabellas an Alfred, der hier komplett wiedergegeben sei Strahlung 7.7.44 Lieber Fred Frohen Herzens erhielt ich deinen lieben langen Brief vom 30.6. Danke dir hiermit aufs Herzlichste Hat dich also wieder mal vergebens Sorge um den Fred gemacht Nämlich, letztens hieß es im Radio, dass die Engländer in Ungarn gehaust haben Da habe ich gleich an dich gedacht Aus deinen Brief ersehe ich auch, dass du etwas von ihnen gemerkt hast Lieber Fred, habt ihr dort keine Luftschutzkeller oder Bunker? Wenn ja, dann geh doch bitte jedes Mal, wenn Fliegeralarm ist, rein, damit dir nichts passiert Diese Biester fragen nicht danach Die werfen hin, was hingeht, egal auf wen Also, lieber Fred, versprichst du mir, dass du in den Bunker gehst? Soll ich denn immer Pech haben, was Freunde anbelangt? Darf ich nicht auch mal zu den Glücklichen zählen? Ich könnte mir jetzt tatsächlich nicht ausdenken, was ich anstellen würde Wenn ich nochmal solches Pech haben sollte Ich sage dir nochmal, geh bitte dahin, wo du sicher bist Nun zu deinem Briefbild gleich mal deine Sorgen abnehmen Wenn ich nun wirklich größer wäre als du, wäre für dich doch gar nicht so schlimm Du würdest doch immerhin ein passendes Mädel, das dir in Größe und allem gleicht finden Wir kennen uns doch noch nicht persönlich Da würde es dir bestimmt nicht allzu schwer fallen, mich zu vergessen Was ist heutzutage schon ein Mädel? Für euch Soldaten ist es doch leicht, eine Frau zu finden, da es von der weiblichen Sorte genug gibt Also, lieber Alfred, keine 1,85 habe ich nicht, das wäre ein wenig viel Will diesmal ganz deutlich sein, bin 1,63 groß und du 1,68 Bist also immer noch etwas größer als ich Hab mich vorhin erst gemessen Gleich am Anfang, als ich noch nicht wusste, wer du warst Schreibe ich dir doch auch gleich, wie groß ich bin Entweder war es 1,64 oder 1,66 Kam mir eben nicht auf etwas an, weil ich noch nicht Näheres von dir wusste Nun ist es ja anders Kannst du dir Irma der Größe nach vorstellen? Ja, so groß wie Irma bin ich nicht Kannst du dir aber Ella der größeren Figur nach vorstellen? Ja, mit Ella kann man mich in beiden Fällen vergleichen Es war ja immer mein Wunsch, noch größer zu werden, sehe aber nun ein, dass es keinen Wert mehr hat Mein Freund, der gefallen ist, war auch so groß wie du Er sagte immer, Isabella, willst du mir versprechen, dass du nicht mehr wächst? Ich musste dir jedes Mal lachen, weil er sich darüber Sorge machte Dabei durfte der arme Kerl mich gar nicht mehr sehen, ob ich Wort gehalten habe Du wirst nun trotzdem noch Bedenken haben, ich könnte noch wachsen, weil ich noch so jung bin Ist aber ganz unnötig Wachsen tue ich kaum noch, da ich schon seit zwei Jahren meine Größe habe Höchstens in der Breite kann ich mich noch ausdehnen Hast du da auch Bedenken? Aber gerade meine Figur, wie sie nur mir gut steht, es reicht also Ich habe außerdem deinen Brief festgestellt, dass du auch von Kleidern etwas verstehst Sowas findet man ja eigentlich nicht bei allen Männern Ist mir schade, dass du noch kein Bildchen von mir in Sommerkleider hast, kommt aber bestimmt noch Was du bis jetzt hast, waren nur Winterkleider und auch nicht gerade besondere Dass du die Mädel, die auf dem Schlitten dabei sind, für altmodisch findest, wundere ich mich nicht Deshalb haben wir uns auch nicht verstanden Hatte ich was, was sie nicht nachmachen konnten, spielten sie die Beleidigten Am meisten konnte ich mich amüsieren, wenn wir nach Neustadt ins Kino sind Einen Aufzug machten die Kerle, zum Beispiel die eine hatte ein grünes Kleid mit Tupfen an Und ein rotes gestricktes Jäckchen, ebenso gestrickte Strümpfe Die andere ein blaues Kleid mit einem grünen Jäckchen, die dritte wieder was anderes Eine Farbenzusammenstellung hatten die, fragt nicht wie Im Neustadt ist man dann natürlich mit ihnen aufgefallen Jetzt im fünften Kriegsjahr kann man ja nicht, wie man gerne will, das ist selbstverständlich Ja, es hält sogar sehr schwer, wenn man sich was kaufen will Ich habe meine dritte Reichskleiderkarte damals hier in Strahlung verloren mit 95 Punkten Und hab sie nicht mehr zurückbekommen Was hätte ich mir da noch alles kaufen können? Konnte also ein ganzes Jahr auf nichts Neues rechnen Pech gehabt Und heuer sparte ich mir meine Punkte wieder, um mir auch was Anständiges kaufen zu können Leider hat mein Sparen keinen Wert, nur die Fliegerbeschädigten bekommen Wenn wir auch nichts Neues haben können, deshalb wissen wir uns doch auch nicht noch zu helfen Außerdem machen wir es so, wie es Göring am Anfang des Krieges sagte Und wenn wir in der Badehose rumlaufen Jawohl, einen Badeanzug haben wir noch, ist also der Krieg noch nicht verloren Die Karte, die du im Brief beigelegt hast, ist tatsächlich schön Bloß verstehe ich nicht, warum die zwei sich so lange anschauen Lieben die sich so sehr? Scheinbar Das Lied »Kann denn Liebe Sünde sein?« kenne auch ich Da heißt es, wenn man einmal alles, alles vergisst Vergessen darf man sich aber nicht, so weit darf es nicht kommen Das muss man wenn möglich verhüten, ja Dass wir unsere Liebe nur in Briefen ausdrücken können, ist schade Geht momentan nicht anders In der Frage, ob es mit mir gut Kirschen essen geht, kann ich dir antworten Ja, je nachdem, was du von mir verlangst Nur nicht allzu viel, sonst könnte es auch sein, dass ich mit einem Nein kommen müsste Wärst du mir dann böser? Das Bildchen, das du Ella mal schenktest, habe ich schon öfters gesehen, vorhin erst wieder Du, Fred, glaube mir, habe heute erst wieder festgestellt, dass du ein ganz hübscher Kerl bist Auf dem Bildchen bist du gut getroffen Meiner Ansicht nach hast du auch ein paar ganz Augen stehen dir aber sehr gut Du hast viel Ähnlichkeit mit Ella, ihr seid ja auch verwandt Wir zwei auch von Adam und Eva aus, stimmt's? Nun wird es heute genug, bist doch sicher auch mit mir zufrieden, ja Ist jetzt zwölf Uhr, schläfst du schon? Soeben kommt vom Radio, das ist der schönste Moment, ein Tango, kennst du ihn? Übermorgen ist Sonntag, da schreibe ich dir wieder einen großen Brief Mit den herzlichsten Grüßen und einem Gute-Nacht-Kurs will ich schließen Alfred am 26.07.44 an Isa Seit drei Tagen ist hier ein Wetter, wunderbar gar kein Ausdruck Die Abende so schön warm, nicht so wie zu Hause die vielen schnacken Hab gestern eine Ruder-Mondschein-Party unternommen So etwas an Romantik gibt's nicht alle Tage Das, wenn du mal erleben könntest, Isa Der Mond glitzert so auf dem Wasser Man könnte meinen, das Märchenland sei angebrochen So etwas möchte ich mal mit dir erleben, liebste Isa Leider darf ich das alles nur allein erleben Kann dir gar nichts sagen, wie sehnlich ich dich manchmal herbei wünsche Heute Abend, wenn ich inzwischen nicht viel Arbeit bekommen habe, werde ich wieder etwas zum Tanz gehen Gleich nebenan, zwischen Bäumen, Trauerweiden ungeheuer groß, liegt oder steht das Kaffeehaus Jetzt im Krieg außer Betrieb, aber wir machen da was los Betone nur in Ehren Ein Kamerad spielt Klavier und wir tanzen Liebe Isa, nun noch einige Fragen zu deinem Aufenthalt in Hohenroth Wissen eigentlich meine Schwestern Katinka und Rita von uns beiden? Hast du da etwas gemerkt? Weiß nicht, ob dir meinen Vater eingeweiht hat Glaube ja kaum Wie stehst du zu Martha? Bist du mit ihr befreundet? Weiß die von uns? Wenn sie nicht weiß, lasse ihr nichts erfahren Ist nämlich die erste Klatscherin im Dorf Kann aber nichts dazu Hat sie von ihrer Mutter geerbt Hab so nichts gegen ihr Ist mir aber auch nicht sympathisch Wie stellst du dir das eigentlich vor? Du schreibst mir immer Grüße auch von deinen Eltern mit Lasse sie auch immer wieder grüßen Wie ich aus einem deiner Briefe schließen kann Soll ich da auch deine Eltern kennenlernen? Das heißt, deinen Vater kenne ich ja Willst du mich im Urlaub schon deinen Eltern vorstellen Wenn wir uns gegenseitig geeinigt haben Dass wir nicht von uns enttäuscht sind? Meinerseits, ich habe ja nicht mehr im geringsten Zweifel über dir Bin mir völlig klar im Handeln Angenommen, du bist das gleiche bei unserem ersten Wiedersehen Werden es deine Eltern dulden? Am 27. Juli 1944 schreibt Alfred Der 1940 gleich von der Schule zur Wehrmacht eingezogen worden war Und eine zivile Existenz nie gekannt hat Isabella von seinen Zukunftsängsten Und eine vorsichtige Anspielung auf Staufenbergs gescheitertes Attentat Auf Hitler eine Woche zuvor gibt es auch Kann mir ein Leben auf dem Dorf gar nicht mehr so richtig vorstellen Wenn ich in Urlaub war, habe ich ja auch nur gelebt wie auf Besuch Weißt ja selbst bei deinem Bruder Man trägt immer eine komische Stimmung mit sich Nur Tage und ein noch unbekanntes Schicksal erlauert ein Eine Arbeit von mehreren Tagen mundet einen gar nicht Nur jeder sucht danach alles zu vergessen durch Abwechslung Was mir immer am meisten imponiert hat Das Abend in Garnison um 10 Uhr zu Hause sein Das hasste ich im Urlaub, ging ich oft um 12 und 1 Uhr ganz allein Oder mit einem Schulkameraden spazieren Haben uns dabei Jugenderinnerungen ausgegraben Waren doch auch schöne Zeiten damals Denke oft und gerne zurück In den letzten Tagen ereigneten sich politisch wieder Sachen Welche aller Welt wieder mal Stoff zum Gesprächsthema geben Hoffentlich taucht auch mal ein neues Gesprächsthema auf Das Urlaubssperre aufgehoben wurde und der Frieden ist ausgebrochen Das wäre wohl aller Wunsch, wer noch vernünftig denken kann Am 1. August 1944 kommt Alfred in pathetischen Worten Nochmals auf die große Aufregung des Stauffenberg-Attentats zu sprechen Ehe er das Thema wechselt und von seinen Erlebnissen Mit den ungarischen Sommerurlaubern am Plattensee berichtet Tut mir leid, dass ich dich so lange auf die Folter des Gespanntseins spannen muss Und nicht mal einfach in Urlaub darf Zur Zeit spielen sich aber geschichtliche Entscheidungen ab Um sein und nicht sein, wo niemand fehlen darf mit dem Einsatz seiner Person Gegen dieses große Tritt unser Verhältnis im Augenblick so weit in den Hintergrund Denn wir Einzelne sind ja nur Stäubchen im Gebirge des Weltgeschehens Glaubt nun bitte nicht, ich würde uns unterschätzen Hab ich nur geäußert und von der anderen Seite gesehen Wenn wir beide nun mal nicht verstehen wollen, warum die Urlaubssperre ist Müssen wir uns das Bild von dieser Seite mal ansehen Neulich, vor 14 Tagen, habe ich etwas erfahren durch einen Sonderführer-Dolmetscher Er sitzt im Park auf einer Bank und belauscht drei Mädel, die ahnungslos Das Feind hört miteinander ihre Geheimnisse anvertrauen Einer erzählte, den Blonden von der Funkstelle stelle ich schon eine Woche nach Meinst, er fällt auf mich herein? Darf es anpacken, wie ich will? Darauf antwortet die zweite Du kannst doch ziemlich Deutsch, sprechen doch mal an Das ist mir zu raffiniert und schändet meinen Eindruck ihm gegenüber gab sie zurück Jena hat mir's dann berichtet Die Mädels sind wieder zurück nach Budapest, ohne mich zu kennen Bin denen aufgefallen, als wir abends immer in einer Tanzhalle bei Klaviermusik Schlager gesungen haben Hat nun mal eine lustige und buntere Art und damit haben die Ungarn Spaß an mir Auch das ältere Publikum Bin schon bei x Familien eingeladen, wenn ich mal nach Budapest komme Das mache ich aber nicht Ein anderer Grund ist noch, meine Kameraden außer Gerd könnten alle mein Vater sein Sind nicht mehr so frisch und fidel, haben auch andere Sorgen Darum fällt es dann bei mir umso stärker auf Ich sitze ab und zu mit zwanzig Familien des Abends am Strand Und muss ihnen deutsche Lieder singen und jodeln Das schallt in vielfachem Echo über den Ballatonsee Bis elf und zwölf Uhr am Ufer Und wenn ich nicht gehe, fällt es keinem ein Aber für immer eines bei allen bleib ich dir treu, lieb Die dir, liebste Isa, gehört mein Herz für immer Das hab ich gar nicht mehr, das hast du längst ganz Weiß gar nicht, wie mir geschah, du kleiner Herzenslieb Wenn ich ein Sehnsuchtslied an solch einem Abend gesungen habe, dann sagte mir immer eine alte Frau mit 65 Jahren Freddy, dieses Lied hat nur deine Isa gegolten, stimmt's? Denn nur wenn du wirklich Sehnsucht nach einem lieben Menschen hast, kann es so klingen Dass sie weiß, dass du Isa heißt, kommt daher Jene Frau ist meine mütterliche Freundin gewesen Hat sich selbst angeboten, es mir sein zu dürfen Immer am Strand haben wir uns die Zeit vertrieben Musst ihr natürlich auch verraten, wie mein Mädel heißt, das zu Hause auf mich wartet Du glaubst nicht, was für einen Spaß ich mit der alten Dame hatte Einmal eine gelehrte, gelehrte Person, dass ich nur staunte Diplomlehrerin der Kunst Professor an der Hochschule Ferne acht Diplome auf verschiedensten Gebieten Erstens Klavierkunst, dann Funkerei und so weiter Bin ausgerechnet Funker und hab ein Morser-Apparat von einem ungarischen Jungen auftreiben können Jetzt haben wir gefunkt am Strand Am meisten von dir, liebe Isa, denn sie wusste, dass ich am liebsten deinen Namen hören, dann am meisten Freude habe Zum Beispiel Hier ist Isa, lieber Freddy, komme endlich, ich vergehe vor Sehnsucht, küsse, küsse mich doch einmal Hab mich halbtot gelacht An einem Ende hat sie das gegeben, ich hab am anderen Ende vom Strand aufgenommen und Antworten zurückgefunkt Schade, dass meine Mutti weg ist Außerdem hab ich Zigaretten, Keks, Wein, Likör und was nur auszudenken war von ihr bekommen Habe hier augenblicklich nicht wie gewöhnlich älteres Publikum, sondern eine kleine Schar kleiner Mädel im Alter von fünf bis zwölf Jahren Bin ich immer des Abends, wenn ich keinen Dienst hab am Ufer und singe mit ihnen deutsche Lieder Zum Beispiel die Fahne hoch, Erika, Lili Marleen, es geht alles vorüber, noch mehr Du glaubst nicht, was ich da für einen Spaß habe Die Kleinen lernen nun in der Schule Deutsch und das macht ihnen auch Freude, mit mir zu singen Bin da nur Onkel Freddy Vom 19.09.1944 gibt es wieder einen Brief von Isabella an Alfred mit interessanten Bemerkungen über die militärische Lage, die sich offenkundig einem deutschen Zusammenbruch nähert Strahlung 19.09.1944 Lieber Fred, heute war für mich wieder ein Glückstag Drei Briefe von dir haben ihren Weg zu mir gefunden Es waren die Zöglinge Nummer 31, 32 und 34 Nummer 33 fehlt noch, kommt vielleicht morgen Für deine Briefe vielen herzlichen Dank Jenes schwere Problem ist inzwischen geklärt, ich bin froh, dass es heraußen ist Meine Beichte schrieb ich dir im Brief Nummer 21 Vom Küssen habe ich dir nichts zu berichten Erstens habe ich es schon lange nicht mehr getan Und zweitens finde ich einen Kuss nicht als Sünder Was ich dir berichten wollte, war nicht vom Küssen, sondern jenes Thema Lassen wir mal den 20. September ruhen Morgen wird es ein Jahr Im Urlaub kommen wir nochmal darauf zurück Will nochmal auf das Thema dumm zurückkommen So wie du es lieber Fred aufgefasst hast, meinte ich nicht oder habe ich mich falsch ausgedrückt Würde mir niemals einen Freund suchen, der so alt ist wie ich Und warum, das ist doch ganz einfach Ein Mann soll immer älter sein als die Frau Weißt du auch hier warum? Du mit deinem Alter und ich, wo über vier Jahre jünger bin, passen doch gut zueinander Dass du in Erfahrungen reicher bist als ich, ist doch klar Und sowas habe ich gerne Wir beide passen doch eigentlich gut zusammen Und dass manchmal Missverständnisse vorkommen, na das ist verzeihlich Würden wir uns persönlich kennen, hätte alles bestimmt ein anderes Gesicht In Briefen, wenn man noch so vorsichtig ist, kann es zu einem Missverständnis kommen Wir sind beide Menschen und schreiben Deutsch, können es ja auslegen Fragen, tust du mich, ob ich politisch immer noch miese Stimmung habe Glänzen sieht ja alles nicht aus Aber verloren ist der Krieg deshalb auch noch nicht Wir wollen es hoffen, dass alles zum Besten wird In Budapest waren die Flieger auch wieder, wie es im Wehrmachtsbericht heißt Meine Freundin aus Reit bei Mönchengladbach schrieb mir, dass es mit dem Rheinland gar nicht gut stünde In Massen gehen die Leute dort weg, alles wandert aus Sie schrieb, wir sollten nicht erschrecken, wenn eines Tages der ganze Verein angezogen kommt Hiermit meinte sie ihre Eltern und Geschwister Ist wirklich schlimm für diese Menschen, wenn sie ihre Möbels und sonst alles stehen und liegen lassen müssen, um wegzugehen Ferner schreibt sie noch, V2 wird ja in den ersten Tagen eingesetzt Es muss ein so grauenhaftes Zeug sein, dass der Führer es kaum verantworten kann Er hat in Aachen zu den Soldaten gesprochen Unter anderem, Gott möge ihm verzeihen, wenn er das anwenden muss, denn es wird grauenhaft werden Was wohl noch alles kommt, ich glaube, dass heuer, wenn auch nicht ganz, aber ziemlich die Entscheidung fällt Hoffentlich darfst du bis Kriegsende in Ungarn bleiben Ein Wiedersehen wird auch bis Kriegsende dauern Aber dann ist alles nochmal so schön, nicht wahr? Ob das Bild, das mir deine Schwester schickt, gut ist, fragst du Das weiß ich noch nicht, lieber Fred, noch ist keines angekommen Sobald ich es erhalten habe, teile ich es dir sofort mit Dass du für einen Lockenkopf schwärmst, glaube ich ja Hast ja Glück, dass ich einen habe Zu meinem war Arno schuld Er sagte immer, ein junges Mädel muss einen Bubikopf haben Schon oft sagte man mir Was, Isa, du mit deinen schönen Haaren hast noch keinen Bubikopf? Mich konnte lange Zeit sowas nicht erschüttern, bis mich Arno so weit brachte Hab mit meiner jetzigen Frisur weniger Arbeit als mit meinen Zöpfen An etwas muss man ja seiner Freude haben Die eine hat sie am Pusieren und ich hab sie eben am Schönheitspfleger Weil ich eben gerade da bin Hier gibt's Mädel, wir überall, die gehen los, schütteln mir auf den Kopf Mit jedem Urlauber tun sie rumziehen Kann dir bloß flüstern, heutzutage sind die Mädels so raffiniert Die fragen gar nicht mehr danach, was sich gehört und was nicht Jeder will eben einen haben und deshalb wird es bei jedem probiert Bleibt dann einer hängen, dann muss der arme Mensch Vater machen Und hat es eigentlich gar nicht gewollt Und die Mädels, die grinsen sich eines und denken Dich habe ich jetzt und lasse dich auch nicht mehr los Bringt aber auch viel der Krieg mit sich Mädels mit 15 Jahren sind hier welche Die treiben es so lange, bis sie mal richtig reinsausen Na, was ich dagegen hab, geht mich ja nichts an Jeder muss seines verantworten Nun hab ich dir heute wieder genug geschmiert Wegen der schlechten Schrift, entschuldige bitte Habe beim Dreschen letzthin meine rechte Hand verletzt Will ewig gar nicht gut werden Ist deine Zehe geheilt? Tausend innige Grüße von deiner treuen Isa Und noch ein kleiner Brief Isabellas vom 27.09.44 Strahlung 27.09.44 Lieber Fred, zuerst wünsche ich dir einen schönen guten Morgen Du hast bestimmt auch schon ausgeschlafen, ist gerade 8 Uhr Habe gestern bestimmt mit Post von dir gerechnet, hatte aber kein Glück Na, dafür aber sicher heute Gestern hatten die Heinz die Dreschmaschine, habe auch geholfen Kannst aber das Dreschen nicht vertragen, werde da jedes Mal krank Bis man bei Heinz etwas von Staub merkte, war es schon fertig Du wirst jetzt denken, solch eine empfindliche Person Kann nicht mal das Dreschen vertragen Am Sonntag gehe ich zum Fotograf Dann hat es am längsten gedauert und du bekommst ein Bild Nochmals viele liebe Grüße von deiner Isa Auf Wiedersehen und Gruß von allen Am 28.09.1944 Berichtet Isabella in einem Brief an Alfred Dass ihr angetragen worden sei, nicht näher genannte Arbeiten am Westwald zu übernehmen Im Gegensatz zu ihrer ruhigen fränkischen Heimat, die damals noch weit jenseits der Fronten liegt, scheint dort im Westen nach Zusammenbruch der deutschen Herrschaft über Frankreich im August 1944 Der Einmarsch der sich der grenzernähernden amerikanischen und britischen Truppen unmittelbar bevorzustehen Verständlicherweise hat sie wenig Lust, dort hinzugehen Alfred scheint sich in seinem vorigen Brief freilich in erster Linie Sorgen darum gemacht zu haben, dass Isabella ihm in einem Arbeitstrupp am Westwald untreu werden konnte Nach dem Westwald möchte ich bis jetzt nicht mit Bin berücksichtigt worden, weil ich bei meiner Schwester an der Landwirtschaft tätig bin und jene kurz vor ihrer Entbindung steht In die Fabrik werde ich trotzdem müssen, na, das ist nicht so schlimm Immer noch besser als nach dem Westwald Du glaubst wohl gar nicht, dass Mädel mit weg mussten, was? Von Salz mussten welche weg Viele von den Jungs und Mädels sind schon tot, dort kommen doch täglich die Flieger Du fragst, ob ich dich dort auch nicht vergessen hätte Aber, Fred, wie kannst du nur sowas glauben? Vergessen werde ich dich niemals, selbst wenn ich mal nach Sibirien käme Dass ich dir nochmal untreu werde, mit solchen Gedanken brauchst du dich gar nicht beschäftigen Wenn ich Lust hätte, könnte ich es zu Hause, bräuchte also gar nicht erst nach dem Westwald zu gehen Nein, Fred, so viel Vertrauen darfst du mir schenken, sowas tue ich nicht Bin gar nicht dafür, dass ich zu denen Mädels zähle, die hier als Urlaubermutter genannt werden Hab doch dich lieber, Fred, und brauch also keinen anderen In Ungarn, wo Alfred das Funker stationiert war, begannen sich damals die Ereignisse zu überschlagen Als die ersten Einheiten der von Osten heranrückenden Roten Armee an die ungarische Grenze gelangten Beschloss der mit Hitler verbündete ungarische Diktator Horty, sein Regime durch einen Separatfrieden mit den Alliierten zu retten Bevor es dazu kam, unternahmen die Pfeilkreuzler eine fanatisch-antisemitische Organisation ungarischer Nazis Aber Mitte Oktober 1944 mit Unterstützung der Deutschen einen Putsch gegen Horty und errichteten in Ungarn ein Schreckensregime Das in den nächsten Monaten wilde Massaker an Jüdinnen und politischen Gegnern unternahm, bei denen zigtausende Menschen Ermordet wurden Gleichzeitig begann von Osten her der Einmarsch der Roten Armee in Ungarn Aufgrund des erbitterten Widerstandes der in Ungarn stationierten Wehrmachtseinheiten und ihrer ungarischen Hilfstruppen Dauerte es allerdings bis zur vollständigen Befreiung des Landes noch bis Frühjahr 1945 Angesichts dieser Ereignisse ist es jedenfalls kein Wunder, dass Alfred, der bisher mit seiner Funkeinheit ein recht entspanntes Leben in einem Ferienort am Plattensee geführt hatte, am 16.10.1944 Isabella klagt nun mit Arbeit überhäuft zu sein und dass er in dieser Lage keinen Heimaturlaub bekomme Kann vor vieler Arbeit den Brief erst am Abend während des Nachtdienstes weiterschreiben Nun bin ich wieder ganz allein und niemand stört mich Morgen früh soll mein Brief direkt mit nach Wien gehen Vielleicht erreicht er dich dann eher Heute Abend habe ich mal wieder eine solch sentimentale Stimmung und kann mir nicht erklären, warum Meine unerfüllte Sehnsucht nach dir tritt wieder stärker denn je hervor schon den ganzen Abend Meinen Kameraden fiel es schon auf Gerd fragte mich vorhin während der Arbeit Fred, sag mal, was ist denn nur mit dir los? Immer bist du so lustig und heute lässt du den Kopf hängen Hab mich ausgeredet, denn sowas würde ich nie preisgeben, eine überzeugte Herzensangelegenheit Eben singt ein Mädel Leer ist mein Leben ohne dich Dich brauche ich immer zu Aus dem Lied Die kleine Stadt will schlafen gehen So geht es auch mir, liebe Isa Leer ist mein Leben ohne dich Ach, käme doch einmal Urlaub Wie lange muss ich noch warten? Halt es nun langsam nicht mehr aus Warum hält man ausgerechnet uns so lange auseinander, wo wir doch so darauf brennen, uns endlich mal persönlich kennenzulernen? Kann mir langsam gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, restlos glücklich sein und schöne Stunden verleben Weiß gar nicht, ob ich noch küssen kann Vielleicht habe ich es schon verlernt Wäre das möglich? Auf den Sturz Hortis, die Machtergreifung der Pfeilkreuzlanden Einmarsch der Roten Armee in Ungarn spielt am 18.10.1944 auch Isabella an einem Brief an Indem sie ihre Befürchtung Ausdruck gibt Die Entwicklung in Ungarn möge Alfreds Einsatz dort wohl gefährlicher machen als bisher In Ungarn ist inzwischen manches anders geworden Wollen wir hoffen, dass Ungarn uns treu bleibt Die jetzige Regierung ist ja wieder auf unserer Seite, was ja die Hauptsache ist Ob du wohl im Winter über noch dort bist? Will ja schwer hoffen, dass du nicht an die Front kommst Soeben überfliegen uns wieder die Engländer Es ist 9 Uhr nachts Im Rundfunk hieß es, dass sie über Franken sind Und das sind wir Diese Biester stellen etwas an Machen unser schönes Deutschland vollständig kaputt Wenn es doch einmal eine Wendung gäbe Doch in Strahlung geht das Leben auch im Herbst 1944 Vorerst noch seinen normalen Gang weiter Morgen werde ich mich verreisen Aber nur für zwei Tage Gestern hat man mir telefoniert Ich möchte kommen zur Weinleser Wusste erst nicht recht, was ich anfangen sollte Bei uns war heute die Betstunde Früh und Abend mussten wir im Kirchenchor singen Und eine Witterung ist draußen Scheustig Regen anschaut es den ganzen Tag schon Nun habe ich mich doch entschlossen, morgen früh zu fahren Irma hat mir noch zugeredet Hoffentlich wird das Wetter morgen besser Ist eben Herbst, was will man da viel verlangen? Zwischen Erna und Arno ist es glaube ich nicht so richtig ernst Erstens kann ich Arno nicht verstehen, warum er dann den ganzen Urlaub nach Ist, wenn er sie doch doch nicht heiraten tut Im ganzen Urlaub hat er für sie gespermt und mir nur Schönes von ihr erzählt Bis er am letzten Tag kam, wo er beim Dreschen mithat, da sagte er auf einmal ganz anders Sie hätte etwas krumme Beine und zwischen Nase und Mund hätte sie so kleine Härchen Als ich ihn dann fragte, warum er es jetzt erst sieht, gab er mir zur Antwort Es sei immer Nacht gewesen, wenn er sie sah Und da habe sie ihre Beine unterm Tisch gehabt Arno ist ein Tepp, sonst würde er sowas gleich sehen Am 23.10.1944 berichtet Isabella von den laut ihr durch den Krieg gelockerten Sitten zu Hause Wie sich diese zwei, ihre Cousine Ella und deren neuer Freund, kennengelernt haben Oder vielmehr ihre Anschriften herausbekommen, erzähle ich dir im Urlaub genauer Durch unbekannt lernten sie sich kennen Heutzutage geben doch Soldaten einander von Adressen von Mädels, so war es auch hier Ob es mehrere Urlaubermütter gibt, fragst du Zwei weiß ich bestimmt Manchmal hört man auch von mehreren Interessiere mich weiters gar nicht mehr viel für Strahlungermädels Muss mir höchstens mein Cousin etwas von denen erzählen Das tut er aber ohne ihn danach gefragt zu haben Irma, Ella und ich, wir sind eine Bande für uns Jene Frau, wo von einem anderen Mann ein Kind bekam, ist mir der einzige Fall hier Voriges Jahr im Herbst wurde das Kind geboren Ihr Mann wurde sich erst scheiden lassen, aber als das Kind dann teuer bezahlt wurde, blieb er doch bei ihr und hat verziehen Meiner Ansicht nach ist das kein Mann Ich hätte nicht in seinen Schuhen stehen dürfen, der Frau hätte ich gegeben Wer der richtige Vater zum Kind ist, weiß niemand, es hängen mehrere mit dran Na, ist ja nicht unsere Sache Solch ein Eheleben könnte ich mir nicht vorstellen Ein Brief Isabellas vom 28.10.1944 zeigt, dass die Hoffnung auf plötzliche Wendung des Krieges durch Wunderwaffen Auch damals, als Briten und Amerikaner schon an den westlichen und die Rote Armee an den östlichen Grenzen Deutschlands standen, offenkundig verbreitet war und ernst genommen wurde Lieber Fred, rate mal, wer in aller Herrgotts früher schon an dich denkt Da brauchst du sicher nicht viel zu raten, ist niemand anders als ich Abends der letzte und morgens der erste Gedanke gehört nur dir Ist früh 7 Uhr, bin erst aufgestanden, habe erst Toilette gemacht und jetzt schreibe ich den Brief Daran anschließend werde ich mal nach den Ziegen schauen Draußen regnet es in Strömen, solch eine Witterung habe ich aufgeschrieben Da darf man im Tag dreimal putzen und abends, wenn es ist, sieht man doch nichts mehr davon Heute ist Samstag, da ist Regenwetter überhaupt nicht angenehm Wenn es morgen regnet, habe ich eigentlich mal nichts dagegen, dann rückt nämlich die Feuerwehr nicht aus Die Mappe, die im Zug liegen blieb, habe ich bis jetzt noch nicht erhalten Gebe bald die Hoffnung auf, ist nur schade um meine Schuhe Ist ja klar, dass man solche Artikel im sechsten Kriegsjahr nicht mehr wiederbekommt Eines ist klar, dass ich solange als Krieg ist, nicht mehr nach Ramstal gehe, sowas passiert mir nicht mehr Mama, habe ich es noch nicht gesagt, weiß nicht recht, wie ich es ihr beibringen soll Sowas ist eine Lehre für Ima Irma hat ihre Uhr- und Wildlederhandschuhe verloren, hat sie auch nicht wiederbekommen Hast du die Rede von Goebbels gestern Abend gehört? Wollte dir dann noch schreiben, aber nach ein bisschen hin und her dachte dann, ach was, gehe ins Bett und schreibe morgen früh Bin nur gespannt, was noch alles kommen mag In Ungarn macht der Feind auch Fortschritte Wenn du nur einmal in Deutschland wärst Die Sowjets haben auch Budapest bombardiert Wird immer schöner, jetzt kommen die auch noch Wenn doch nur einmal die neue Waffe eingesetzt würde Oder ist sie noch nicht fertig? Eines ist uns alles klar, wir müssen siegen, ganz egal unter welchen Umständen Sonst müssen wir die Gedanken an die Zukunft gänzlich aus dem Kopf verschlagen Von Urlaub wollen wir gar nicht mehr reden, da er uns ja doch vergessen hat Besser ist es, der Krieg ist aus und du kommst für immer zurück Denk mal an, lieber Fred, wenn du mal für immer zu Hause wärst, wie schön das wäre Was wir jetzt versäumen, holen wir dann nach Einmal restlos glücklich sein, danach sehen wir beide uns längst Aber einmal wird auch für uns die Sonne wieder erscheinen Nun Schluss für heute Morgen ist Fortsetzung Mache jetzt meine Arbeit, damit ich heute bald fertig bin Groß von allem Auf Wiedersehen Tausend lieber und innige Küsser von deiner treuen Isa Aus seinem Brief Isabellas an Alfred vom 31.10.1944 geht hervor, dass Alfreds Einheit nun vom Plattensee nach Budapest verlegt worden ist Und zu befürchten steht, dass er an eine Kampfeinheit an der Front geschickt werden konnte Doch die kommt sowieso immer näher Am 28.10.1944 hat er mit der ersten von der Wehrmacht noch zurückgeschlagenen sowjetischen Offensive auf Budapest die Schlacht um die ungarische Hauptstadt begonnen Die eine der blutigsten des gesamten Krieges werden sollte Bis die Rote Armee die Stadt im Februar 1945 endgültig befreien konnte, starben in der Schlacht um Budapest etwa 80.000 Rotarmisten, 50.000 Wehrmachtssoldaten und ungarische Hilfstruppen sowie 40.000 Zivilisten Nicht ohne Grund sorgt sich Isabella um Alfreds Zukunft Wie ich feststelle, hast du deine schöne Heimat dort, die Stellung am Plattensee, verlassen müssen Schade Nun bist du der großen Gefahr ausgesetzt, wenn die Flieger nach Budapest kommen So ist es doch immer, wenn man sich an etwas gewöhnt hat, dann muss man es verlassen Dass der Abschied von der euch so liebgewonnenen Gegend sehr schwer fiel, kann ich mir denken Da schreibst du mir, dass du vielleicht nach Deutschland kommst und von da aus erst kurzen Urlaub bekommst, bevor es an die Front weitergeht Fragen tust du, was mir lieber ist Wenn ich ehrlich sagen soll, wäre es mir lieber, du würdest dort bleiben als Funker, wenn es auch vorläufe keinen Urlaub gibt Gewiss freue ich mich genau wie du auf ein Wiedersehen, aber wenn ich das Wörtchen Front höre, überläuft es mir ganz kalt Du musst ja tun, wie man dir befiehlt, aber dass du dann an die Front kommst, das behagt mir gar nicht Habe ja solche Angst um dich, wenn du an die Front kommst Was wir jetzt haben, ist doch kein Krieg mehr, sondern ein Massenmord Wann wird es endlich anders? November 1944 Alfred, dessen Funkeinheit von ihrem bisherigen ruhigen Standort am Plattensee nach Budapest verlegt wurde Wo gerade eine heftige Schlacht zwischen Roter Armee und Wehrmacht zu entbrennen beginnt Fürchte, dass er nach einem mutmaßlichen Kurzurlaub in Deutschland einer Kampfeinheit zugeteilt und an die Front geschickt werden wird Isabella zeigt sich in einem Brief vom 01.11.1944 wieder besorgt über diese Perspektive Und nun, mein liebster Fred, hast du nochmal etwas gehört, ob du als Funker dort bleiben darfst oder ob du nach Deutschland kommst? Urlaub wäre ja fein, aber darin anschließend an die Front, das behagt mir nicht Wo du auch hinkämst, ob Osten, Westen oder Süden, überall das Gleiche Wie lange meinst du, dass du dann Urlaub bekämst? Vier Tage Kurzurlaub oder zehn Tage Abstellungsurlaub? Arno ist noch in Laun und macht den U-Lehrgang noch mit Seine Malaria hat sich seit er dort ist nicht mehr wiederholt Er schreibt, dass er sich auch wieder stark fühlt Diese Anfälle haben ihn ja fürchterlich zusammengerissen An ihm war nur noch Haut und Knochen Das hohe Fieber, das er immer dabei hatte, auch Na, hoffentlich ist er wieder gesund Er rechnet mit, dass er ungefähr noch sechs Wochen dort ist Später kommt Isabella im Brief auch noch einmal auf das Thema Westwall zu sprechen Mehrere ihr bekannte Mädchen aus dem Dorf waren zum Arbeitseinsatz dorthin gegangen Wo gerade hastig Bunker, Panzersperren und Schützengräben Für die bevorstehende Invasion der Amerikaner und Briten in Westdeutschland vorbereitet wurden Nach einigen Bemerkungen Isabellas, wie sexuell zügellos es in diesen gemischtgeschlechtlichen Arbeitstrupps Zugegangen zu sein scheine Hatte Alfred sich eifersüchtig gezeigt angesichts der Vorstellung Dass Isabella vielleicht auch noch zum Arbeitseinsatz zum Westwall gehen würde Darauf kommt sie hier nochmals zurück Nun muss ich dir, soviel ich mich noch erinnern kann Auf dem Thema Mädel am Westwall Antwort geben Oder habe ich es schon getan? Du glaubst nicht, dass die Mädels dort zu so etwas angehalten werden Es ist aber doch so Aber immerhin kommt es darauf an, ob die Mädels alles mit sich machen lassen, was von ihnen verlangt wird Es gibt ja auch Anständige drunter Jene Mädels, die dann ein Kind bekommen, brauchen dann nicht mehr am Westwall bleiben Ist das Kind dann da, kommt es in ein Kinderheim, wird großgezogen, die Mutter bekommt selbstverständlich nicht mehr raus von ihrem Kind Sobald das Kind geboren ist, verfügt darüber der Staat Was wird aus einer solchen Jugend, die elternlos großgezogen wurde? Heutzutage kommt viel vor Aber lieber Fred, nicht eine Sekunde brauchst du zu glauben, dass ich sowas mit mir machen lasse Bin doch schließlich keine Maschine, mit der man tut, was man will Und über mein Eigentum darf ich selbst verfügen Lieber, dass ich von einem unehelichen Kind Mutter werde, nehme ich mir das Leben Lieber Fred, mache dir bitte gar keine Sorgen, so weit kommt es nie Hab nur dich lieb und da kommt nichts anderes in Frage Sage dir nochmal, dich oder keiner Hab dich so so lieb, kann es doch gar nicht deutlich genug sagen Wenn wir mal nicht glücklich werden, dann gibt es überhaupt kein glückliches Pärchen auf der Welt Im nächsten Brief vom 05.11.1944 zeigt Isabella sich in Sorge um Alfreds Stellung in Budapest, das inzwischen schwer von der Roten Armee bedrängt wird Und wieder keimt Hoffnung auf die von Goebbels versprochenen Wunderwaffen auf, die doch noch den Sieg bringen sollen Bist du noch in Budapest? Lange werdet ihr bestimmt nicht mehr dort bleiben können Da es, wie man in den Nachrichten hört, im Raum von Budapest schon gekämpft wird Habe seit letzter Zeit solche Angst um dich Wenn du nur einmal aus Ungarn herausen wärst Aussichten für ein baldiges Kriegsende gibt es ja keine mehr Wie lange das alles wohl noch dauern mag? Wann werden unsere neuen Waffen eingesetzt? Das sind alles Fragen, die wir alle nicht beantworten können Wenn doch nur einmal ein Wunder geschehen Nächsten Sonntag ist Kirch bei Hast du schon mal darüber nachgedacht? Man gewöhnt sich ganz an diese Einsamkeit Man könnte glauben, es sei noch nie anders gewesen Aber manchmal kommt einem doch die Wut, wenn man an früher denkt Obwohl ich ja eigentlich von Vergnügen wenig weiß Kann mich aber trotzdem noch sehr gut an die guten Zeiten erinnern Meinst du, für uns würden nochmal solche kommen? Nein Am 12.11.1944 berichtet Isabella dann von der vergangenen Strahlung an Kirchbei Dies aber nur an traurige Stimmung versetzte Mein lieber Fred Einen ganz lieben Kirchbei-Gruß sendet dir deine Isar Ist dir nur noch Kirchbei dem Namen nach, es wird von Jahr zu Jahr schlimmer Was will man im sechsten Kriegsjahr auch noch mehr verlangen? Die Zeiten sind so ernst, dass man gar nicht mehr richtig froh sein kann Denk mal an, was früher an Kirchbei los war Da ging ein Betrieb, jedes Mädel wollte das schönste Kleid und so weiter Was haben wir von unserer Jugend? Nun, ihr Soldaten habt gleich gar nichts, könnt nicht mal zu Hause sein Als der Krieg begann, war ich 13 Jahre alt Sagte immer, bis ich mal auf den Tanz darf, ist der Krieg längst aus Wurde nun schon langsam alt und da sind immer noch keine Aussichten dafür da Keine sechs Jahre wird der Krieg doch nicht mehr dauern, wenn wir es erleben Einmal muss es doch anders werden Was einen Anfang hat, muss auch ein Ende haben Du merkst ja sicher, von Kirchbei auch nichts Das Wetter ist auch nichts Besonderes Es regnet wie jeden Tag Mich gruselt es schon, wenn ich nur daran denke, dass ich morgen bei solchem Wetter wieder in den Wald muss In diejenigen, die Angaben sind glatt verrückt, uns Frauen bei einem so schlechten Wetter dahin zu schicken Da muss man krank werden Die Hauptsache ist, ich kann mit Frau Werner arbeiten Wir beide müssen sägen Lernen nun wenigstens auch das Holz sägen Hat er im Leben noch keines gesagt Wenn der Krieg noch etwas dauert, gibt es bald nichts mehr, was ich nicht kann Was man kann, daran trägt man nicht schwer Manchmal wird bestimmt zu viel von einem verlangt Man ist doch schließlich nur ein Mensch und keine Maschine Es ist eben Krieg Arbeitskräfte werden immer weniger Zuletzt gibt es nur Frauen und Kinder Von Greisen kann bald nicht mehr die Rede sein, die kommen zum Volkssturm Trotz all dem Schweren wollen wir in der Heimat nicht klagen, wenn wir den Krieg gewinnen und ihr Lieben kommt alle wieder zurück Denk dir mal, liebster Fred, wenn heute der Krieg aus ist und du würdest nicht mehr zurückkommen Wie es mir da wohl zumute ist, na frag nicht wie Drum, du musst wieder in die Heimat kommen Solange ich lebe, musst auch du da sein Und wenn ich mal gestorben bin, na, dann weiß ich ja nicht mehr Weißt du, was ich mir mal für einen Tod wünsche? Wenn ich mal früh aufwache und ich bin gestorben Kommst du damit? Jetzt ist es abends 7 Uhr Was machst du um diese Zeit? Schreibe dir morgen wieder An deinen Brief anschließend spiele ich noch Schifahrklavier Das ist mein Sonntagsvergnügen Schreiben tue ich dir morgen wieder Vielleicht habe ich auch Post Zum Schluss sei tausendmal gegrüßt von deiner lieben Isa Nachdem die beiden inzwischen seit mindestens einem halben Jahr im Briefwechsel miteinander stehen und sich schon als festes Paar betrachten steht ihr erstes Date von Angesicht zu Angesicht erst noch bevor Das soll stattfinden, wenn Alfred endlich einmal Heimator behält In die Erwartungen mischt sich aber auch ein wenig Unsicherheit wie sie dann eigentlich miteinander auskommen werden Wie Isabella am 13.11.1944 schreibt Du fragst mich, ob es mir nicht zum Hals herauswächst wenn du mir oft schreibst, wie lieb du mich hast Schreibe nur ruhig so weiter, so gefällst du mir Könnte dich genauso fragen, ob du es nicht überdrüssig wirst Wir beide haben uns so lieb und so wird es auch bleiben Warum soll ich Angst für dich haben, wenn du in Urlaub kommst? Komma nur erstmal Vielleicht bist gar froh, wenn der Urlaub zu Ende ist damit du wieder etwas deiner Ruhe für mich bekommst Dein Vorschlag, erstes Treffen im Urlaub, bin ich vollständig zufrieden Hoffentlich rufst du mich bald mal an Bin ja nur gespannt, was wir für Gesichter machen, wenn wir uns gegenüberstehen Sind wir da wohl fähig, ein Wort zu sprechen? Sehe mich schon, wie ich aber nur für einen kleinen Augenblick verlegen werde Bin also mit deinem Vorschlag zufrieden Und am 17.11.1944 Weißt du, lieber Fred, wonach ich mich wieder mal so sehr sehner Aber lache mich, wenn möglich, nicht allzu sehr aus Nach einem Kuss Manchmal kommt es mir so vor, da wollte ich mit einem Kuss von dir für einige Zeit wieder zufrieden sein Muss doch mal zu dir fahren und mir einen holen Kenne Mädels, die behaupten, das Küssen müsste nicht sein Das bräuchte bei der Liebe nicht dabei sein Na, was die dann machen, möchte ich auch wissen Da bin ich ganz anderer Meinung Du doch sicher auch Hier hat mir mal eine Frau erzählt Dass sie, als sie heiratete, von ihrem Mann noch keine zehnmal geküsst worden war Sowas hätte sie als Sünde angesehen Hab mich damals halbtot darüber gedacht Denk mal an, lieber Fred, wir würden uns heiraten und hätten es noch keine zehnmal geküsst Könntest du dir sowas vorstellen? Ich nicht Auf dem Dorfe gibt es manchmal komische Ansichten Die eine behauptet, dieses nennt man Liebe und jene ist anderer Meinung Möchte man dem Liebespärchen mal unauffällig zusehen, vielleicht gingen mir dann die Augen über Auch am 24.11.1944 scheint Isabella einen deutschen Sieg noch für möglich zu halten Ob dir nun schon mitgeteilt habe, dass mein Wunsch und Traum in Erfüllung ging und meine Schwester einen kleinen Jungen geboren hat Meine Freude bei den kleinen Schluckern ist sehr groß Habe eben heute zum ersten Mal gesehen, war ja so neugierig auf ihn, was für Haarfarbe und Augen er hat Schwarze Haare und blaue Augen hat das Püppchen Gelacht hat er noch nicht mit mir Na, wäre es nur, wenn er daheim ist, dann werde ich ihm mit ihm das Lachen schon beibringen Rudi ist ein ganzer Narr an seinem Brüderchen Er will schon mit ihm spielen, wenn er kommt Was der für eine Ahnung hat, wie langsam das mit dem Spielen geht Habe mir zwar schwer vorgenommen, diesmal den kleinen nicht so sehr zu verwöhnen, wie ich es bei Rudi getan habe Mir scheint aber, bei dem Kleinen wird es nicht viel anders Kann ja auch nicht dafür, dass ich Kinder so gern habe Jeder Mensch ist anders veranlagt Und zum guten Schluss heißt er Alfred Stefan Deine Fragen beantworte ich dir alle im nächsten Brief Hoffentlich hast du inzwischen wieder Post von mir erhalten Auch hoffe ich noch, dass du nicht mehr in Budapest bist Was sagst du eigentlich zur Kriegslage? Sieht gar nicht rosig aus Aber wir müssen siegen, sonst dürfen wir unsere Zukunftspläne über Bord werfen Im Westen kommt der Feind immer näher Tagtäglich kommen die Flieger und die bringen uns klein, wenn das so weitergeht Gegen diesen Biestern müsste endlich mal ein Mittel erfunden werden Auch mit der Ernährung steht es auf einmal ziemlich schlecht, besonders in den Städten Lange kann der Krieg nicht mehr dauern Aber wir müssen unter allen Umständen den Krieg gewinnen Am 29.11.1944 Breitet sich Isabella auf das sechste Kriegsweihnachten vor Und berichtet von Alltag in Strahlung, der immer karger wird Strahlung, 29.11.1944 Mein liebster Fred Du wirst feststellen können, dass ich drei Tage nichts von mir hören ließ Warum dies geschah, sollst du nun gleich wissen Soviel ich mich entsinnen kann, schrieb ich dir im letzten Brief, dass ich mich nicht ganz wohl fühle Und am nächsten Morgen hatte ich solche Halsschmerzen Und so schlecht war es mir dabei, dass ich im Bett bleiben musste Heute geht es mir etwas besser, bin schon etwas aufgestanden Aber für immer aufbleiben kann ich noch nicht Vorhin war die Krankenschwester hier und sagte mir, ich hätte eine schwere eitrige Mandelentzündung Na, noch schöner, wie lange muss ich das Bett noch hüten Mama ist noch nicht ganz gesund, geht aber schon auf, wie es sein muss Frau Werner ist auch noch dazu krank Das ganze Haus feiert krank Meine Mandelentzündung kommt nur vom Holz machen Da draußen habe ich mich erkältet, ebenso Frau Werner Heute hieß es im Radio, dass man bis 10.12. Weihnachtspäckchen schicken kann Ist also 10 Tage verlängert worden Deines ist schon unterwegs Hoffentlich kommt es bis Weihnachten an Mit einem kleinen Geschenk für dich bin ich aber gar nicht zufrieden Ist sowas Einfaches Du wirst wohl denken, die Isar hat diesmal gar nichts Gescheites ausgesucht Aber lieber Fred, nehme es mir bitte nicht für übel Du weißt ja, dass wir im 6. Kriegsjahr haben Aber wie arm wir im Reich sind, davon werde dir Soldaten wenig wissen Hatte dir einen Briefmapper gemacht als Weihnachtsgeschenk Als sie fertig war, gefiel sie mir aber nicht Wenn du in Urlaub kommst, kannst du sogar sehen, dass es wahr ist Jetzt schreibe ich dir etwas, worüber du vielleicht auch lachen musst Der totale Krieg macht sich sehr bemerkbar Dr. Schmidt kennst du doch auch Seit einigen Tagen fährt er nicht mehr mit seinem netten Auto, sondern mit einem Pferdchen und Kutsche Ebenso Dr. Grosch Am Sonntag hat es mir die Hebamme von Salz erzählt Sie hat Dr. Schmidt selbst angesprochen Nur ins Lazarett darf er noch mit dem Auto fahren Es muss eben jeder mithelfen, den Krieg zu gewinnen Sag mal, wie lange musst du denn noch in Budapest bleiben? In Ungarn ist doch was Furchtbares los Heute kam hier wieder ein Soldat in Urlaub von Ungarn Verstehe das gar nicht Ich habe so ein Gefühl, als kämpfst du auch auf einmal angerückt Einmal müssen wir uns ja kennenlernen Der Urlaub wird doch einmal Verständnis dafür haben und dich fahren lassen Hast du nun wieder Post erhalten? Was ich ja stark hoffe Die letzte Post, die ich von dir erhielt, war vom 15. November Ich wünschte, dass im nächsten Brief die freudige Nachricht stände, dass du dich in Deutschland befindest Obwohl, im Reich ist man auch nirgends mehr sicher Höchstens zu Hause Die feindlichen Flieger hausen ja unheimlich Fast keine Stadt ist noch ganz Schweinfurt solltest du mal sehen, verheerend ist es Habe ich dir noch allerhand zu beantworten Auf deinen letzten Briefen bin ich dir auf mancher Frage noch Antwort schuldig Du erwähntest mal von einer Überraschung, wie man dich einen Tag heimlich verstecken könnte, ohne dass ich etwas davon weiß Das ginge bei uns sogar sehr gut, weil wir Doppelwohnung haben mit zwei Haustüren Die erste gehört uns und die zweite mit Glasfenster Frau Werner Zwischen den beiden Küchen ist eine Türe, wir können aber rüber und rüber, wie es uns gefällt Neben meinem Zimmer oben ist dann auch das eine, wo du mal schläfst Hast du so gar nicht weit Ich glaube aber, dass du dich vielleicht nicht so lange still verhalten kannst Wäre eigentlich auch ein bisschen viel verlangt Na, wenn du es aber fertig bringst, probieren wir es mal Liegt nur an dich, an deinem Kommen Haben wir doch auch meiner Cousine Ella ihren Freund versteckt Vorhin habe ich Mama gefragt, ob sie es einverstanden wäre Mama und Frau Werner sind vom Versteckspielen sehr begeistert Siehst du, Fred, du brauchst nur kommen Wenn ich die letzten Briefe immer wieder durchlese, bin ich überglücklich, da ich weiß, du zweifelst nicht an meiner Liebe Wenn ich so in die Vergangenheit nachdenke, stoße ich immer darauf, dass ich ehrlich gesagt noch nie so treu war, wie ich es jetzt zu dir bin Nichts Schlechtes musst du deshalb denken, lieber Fred Je jünger man ist, desto leichtsinniger ist man Und seit Herbst 43 betrachte ich alles schon etwas mehr von der ernsteren Seite Und seit ich dich liebe, gibt es für mich nichts anderes mehr Mich kann ein netter Soldat gar nicht mehr aus der Ruhe bringen Sehe einen anderen gar nicht mehr an Denke nur noch an dich Am Sonntag war ich im Neuhaus bei meiner Schwester Und meine Cousine Ella war dabei In Mühlbach fing sie schon an zu fragen Kann man mich so lassen? Meinst du, mein Mantel sei schön? Soll ich meinen Mantel ausziehen und auf dem Arm tragen? Und so weiter Ich sagte, auf jeden Fall lässt du den Mantel an Dafür ist Winter und wozu all das getönst Ella war ganz außer sicher, dass ich ihr dies sagte Sie fing an Natürlich, du kannst Dame spielen, dich überall sehen lassen Und so weiter Ich will hiermit nicht sagen, dass Ella keine Kleider hat Nur sie weiß sich nicht anzuziehen Ich verstand nur nicht, warum sie, je näher wir im Neuhaus kamen, mehr fieberte Auf einmal sagte sie Weißt du, wenn der Soldaten aus dem Lazarett rausschauen, dann muss ich doch schön sein Nun ging mir ein Licht auf Sie richtet sich also noch für andere her Solche Gedanken habe ich längst begraben Damals, als Willi noch lebte, habe ich mich noch mit anderen unbekannten Soldaten geschrieben Auch habe ich, wenn ich mit Freundinnen im Kino war, manchen Soldaten schöne Augen gemacht Natürlich nur aus Spaß Ging mir also auch schon so, wie es Ella jetzt geht Dass ich keine unbekannten Soldaten mehr schreibe, wirst du selbst feststellen Da ich dir ja oft schreibe und außerdem kannst du auch ihr mal fragen Wie erwähnt, bin ich nur noch für dich da Habe dich doch von Herzen lieb Dich betrügen würde ich als eine Todsünde ansehen Sowas wirst du niemals von mir erleben Verzeihe, hab da oben Willi betont, habe ich dich wieder gekränkt War bis jetzt immer vorsichtig damit, nun bin ich doch mal wieder reingefallen Sei mir deshalb nicht böse, lieber Fred Willi ist tot, er kommt nie wieder Er hat längst ausgesorgt, weiß von allem nichts mehr So, nun ist es für mich kranken Patienten aber genug Mit meiner Arbeit wirst du heute zufrieden sein Habe dir heute nochmal einen großen Brief geschrieben, da ich ja nicht weiß, wann ich wieder schreiben kann Ob es morgen besser oder schlechter ist Mein Hals schmerzt mir jetzt schon wieder mehr Hätte heute Nachmittag im Bett bleiben müssen Ist jetzt halb zwölf Uhr Gute Nacht, liebster Fred Am 2.12.1944 berichtet sie von der Bestrafung eines Strahlunger Bauern fürs heimische Schlachten eines Schweins Seitdem die Nazis im Laufe des Jahres 1944 den größten Teil ihrer europäischen Eroberung verloren hatten Die sie bisher für die Versorgung der deutschen Bevölkerung ausgeplündert hatten Und seitdem unter der Wucht der alliierten Luftoffensive das Transportsystem ins Wanken geriet Begann die Ernährungslage in Deutschland erstmals in diesem Krieg ernstlich angespannt zu werden Und begann das Regime mit harter Bestrafung von Bauern, die ihre Erzeugnisse versteckten, um sie nicht zum Zwangskurs an den Staat verkaufen zu müssen Isabella erzählt Heute ist hier einer abgeführt worden, der ein Schwein schwarz geschlachtet hat Aus ihm blüht, ist uns allen klar An so etwas ist die Oberkeit aber selbst schuld Das erreichen sie dadurch, weil alle die, die ihre vorgeschriebenen Sachen nicht abliefern können, nicht schlachten dürfen Was ist das für ein Schaden, wenn ein Bauer nicht schlachten kann? Lange tut das bestimmt nicht gut Verlangen tun die Herren unheimlich viel Getreide und so weiter Aber woher nehmen und nicht stehlen? Brauche nur meine Schwester zu nehmen Die soll grad nochmal so viel abliefern, wie sie in Wirklichkeit zusammengebaut hat Da heißt es immer, die Ernährungslage ist uns sichergestellt Ja, auf dem Papier schon, aber in Wirklichkeit nicht Wozu soll man sich unnötig aufregen? Es wird doch dadurch nicht anders Mit Alfred hatte Isabella nach über einem halben Jahr Briefwechsel zwar immer noch kein persönliches Wiedersehen Aber dafür mit dessen Schwestern aus dem Nachbarort, wie sie am 05.12.1944 berichtet Liebster Fred Wir sitzen so fröhlich beisammen und haben einander so lieb Ja, wer meinst du, dass hier bei mir sitzt? Rat mal Dieses Rätsel ist für dich nicht so leicht zu lösen Jedenfalls machst du, du machst große Augen und ich habe mich sehr darüber gefreut Will dir beide nun mal unterschreiben lassen, damit du nicht zu lange raten musst Gruß deine Schwester Katinka, es schließt sich an, Martha Das Rätsel ist gelöst, was sagst du nun? Bist sprachlos? Katinka und Martha haben uns heute besucht, nur kein schönes Wetter haben sie sich bestellt Es regnet in Strömen, so können sie ja gar nicht nach Hause, habe ihnen deshalb geraten, hier zu bleiben Die beiden Armen tun mir so leid, rechnen mit, dass sie zu Hause mit einer Strafpredigt empfangen werden Aber es geht alles vorüber, sogar jeder Sturm, so auch dieser Will die beiden nur noch unterhalten, bin ja so froh, Katinka mal um mich zu haben Einen Tag später erfolgte erst die Fortsetzung Bin gestern nicht mehr zum Schreiben gekommen, ging um 10 Uhr mit meinen beiden Fräulein ins Bett Geschlafen haben wir zwei Stunden später noch nicht, vor Erzählen kommen wir gar nicht dazu Heute Morgen um 8 Uhr waren sie reisefertig, ging mit ihnen noch ein Stück des Weges Katinka kommt heute nicht mehr schaffen, sie hat sich telefonisch krank gemeldet Hoffentlich wurde sie nicht zu sehr geschimpft von eurer Mutter So ganz sorglos ist Isabellas Stimmung allerdings nicht In erster Linie, weil Budapest, wo Alfred stationiert ist, kurz davor steht von der Roten Armee vollständig eingeschlossen zu werden Und weil die Aussicht auf die Nachkriegszukunft sie betrübt Du bist immer noch in Budapest Der Feind steht doch schon vor den Toren von Budapest Kommst du denn noch raus? Du tröstest mich und meinst die schönen Zeiten, wie wir sie vor dem Krieg hatten, kämen wieder Glaubst du wirklich daran? Meiner Ansicht nach geht's uns nach dem Krieg nicht rosig Auch wenn wir gewinnen Da sind wir so arm Pass mal auf, ob ich nicht recht habe Was haben wir eigentlich von unserer Jugend? Ihr habt gleich gar nichts Was müsst ihr alles entbehren und für Opfer bringen? Das alles darf nicht vergebens sein Wir müssen gewinnen Aber trotz allem sind wir arm wie noch nie Denk mal nach Täglich kommen die feindlichen Flieger und machen außer den Fabriken alles andere noch kaputt Was gibt es für Obdachlose? Die wollen doch auch wieder ein Heim Und so schnell geht der Aufbau nun doch nicht In erster Linie kommen nach dem Krieg die Obdachlosen dran Was ich auch gehört Und dann können auch wir weiter denken Wie arm ist jetzt schon Deutschland? Ihr Soldaten wisst davon weniger, wie es im Reich aussieht Will nicht noch weitergreifen, sonst wird es zu viel Könnt ein ganzes Buch darüber schreiben Am 9.12.1944 berichtet Isabella von ihrem Arbeitsalltag bei Forstarbeiten in Strahlung Wozu, nachdem fast alle jüngeren Männer an der Front oder an der Rüstungsindustrie stehen, inzwischen auch Frauen verpflichtet wurden Die Waldarbeiten sind ziemlich fertig Vorläufiges Ruhe Wo und was wir da treiben, fragst du Zwei Stunden Weg hatten wir bis hin Hatten wir bis wir hinkamen Auf zuletzt ging es was näher Und dort mussten wir die Männer ersetzen Ist ja allerhand, wie man sich da plagen musste Die schweren Baumstämme raustragen war immer das Schlimmste Und schwer heben ist für Frauen gar nicht gut Die Folge davon haben wir nicht lange danach schon gemerkt Oh ja, und wenn alles Holz heraußen war, dann mussten wir es sägen Es hieß, von jedem Haushalt muss eine Person mit, sonst bekommt man kein Holz Aber nur die Dummen waren draußen Was Bürgermeister und sonstige Persönlichkeiten anbelangte, da war niemand draußen zu sehen Diese bekommen genauso und noch mehr Holz als wir Na, das ist gut fürs nächste Jahr, werden wir es uns dann merken Ansonsten erlebt sie den Krieg in Strahlung Noch als Beobachterin aus der Distanz In dieser Tage überflogen es mal stundenlang die feindlichen Flieger Ich habe nichts gehört Mama schläft vorn bei meiner Schwester, seit sie entbunden hat Nur vorübergehend Papa ist hinter der Mama, bin also ich der Herr im Haus Frau Werner kam nachts und weckte mich Ich möge mich anziehen, wenn sonst etwas passiert Da stellte sie fest, dass ich nicht auf dem Rücken lag, sondern auf dem Bauch Du wirst nun drüber lachen, hast doch recht, ich mache es genauso Im Sommer, wenn es so warm ist, da habe ich mich schon selbst erwischt, dass ich auf dem Bauch lag Aber im Winter, wo es doch so kalt ist, kommt sowas auch noch vor Na, komische Menschen Nun behauptet man, deshalb würde ich nichts träumen Ob das wohl stimmt? Schlafe ab jetzt nur noch auf dem Rücken Weihnachten 1944 erlebt Isabella eine eher trüber Stimmung Am 24.12.1944 schreibt sie Mein heißgeliebter Fred Heute am heiligen Abend sind meine Gedanken mehr denn je bei dir Habe heute schon so große Sehnsucht nach dir gehabt, hast du auch nichts davon gemerkt? In der Mitte musste ich mir Mühe geben, meine Gedanken zu ordnen Habe mich nur immer bei dem Gedanken erwischt Fred, was machst du? Wie ist es dir heute am Weihnachtsfest zumute und denkst du auch an mich? Das sind heute schon den ganzen Tag meine Gedanken Hast du denn auch davon gemerkt, dass Weihnachten ist? Brav warst du ja, hätte dir eigentlich auch was bringen müssen Hat es vielleicht auch getan Bei mir war das Christkind trotz des sechsten Kriegsjahres auch gut Hätte nicht geglaubt, dass ich etwas bekomme Was ich geschenkt bekam, schreibe ich dir morgen Weiß gar nicht, was ich alles zusammen habe Morgen beim Tag will ich das meine geordnen Hätte aber von niemand etwas gewollt, wenn man dich hätte in Urlaub fahren lassen Oder, noch besser, der Krieg ginge aus All diese Gedanken dürfen wir über Bord werfen Glaube bestimmt, dass wir auch eine siebte Kriegsweihnacht feiern Ach, Liebste, hab ich dich doch so lieb Wann kann ich das dir endlich einmal sagen? Wann kommt die Zeit? Seit 5. Dezember hat Isabella keine Post mehr von Alfred erhalten Es beruhigt sie etwas die Information, dass seine Einheit noch rechtzeitig vor der Einschließung Budapest Richtung Westen verlassen hat Doch das lange Schweigen macht ihr Sorgen Am 28.12.1944 schreibt sie Mein liebster Fred, lebst du noch? Ja, so darf ich bald fragen Bekomme nämlich schon längere Zeit keine Post mehr Dein letzter Brief war vom 5.12. Mache mir bald Sorgen Heute rechne dich bestimmt mit, dass ein kleiner Haufen ankommt Aber es war wie jeden Tag nichts Hans ging leer ab Ach, wie ist alles so öd und leer, wenn die Post fehlt Kann man wieder mal feststellen, dass die Post die einzige ist, die einen Aufrechter hält An was soll man sonst seine Freude haben, wohl an dem Krieg, der so grauenhaft ist? Nein, dafür haben wir bald keine Nerven mehr Wo bist du? In Ungarn oder wo? Budapest ist eingeschlossen Nur gut, dass du noch frühzeitig dort weggekommen bist Die armen Menschen in Ungarn haben es bestimmt nicht so verdient Bei uns ist es ganz schön kalt Wie mir scheint, hat es bis morgens früh geschneit Dann haben wir aber Winter, dass es reicht Die mondhellen Nächte sind geradezu da zu günstig Mich gruselt es jetzt schon, wenn ich nur daran denke Schnee und darauf gefroren Kann nämlich nicht hören, wenn der Schnee so knirscht Da friert es mich gewaltig Andere Menschen hören das Knirschen gerne Ich sage dir, mein lieber Fred Du hast es mit einem ganz komischen Menschenkind zu tun Hast du es nicht schon selbst gemerkt? Das ist der letzte Brief von Isabella und Alfred aus der Kriegszeit In einem Konvolut von Briefen, das ich ersteigert habe Gibt es nur einen Brief, der aus der Nachkriegszeit stammt Und zwar einen kurzen Brief Alfreds an Isabella von 1954 Aus diesem kurzen Schreiben ergeben sich freilich einige Informationen über ihr weiteres Schicksal Erstens, Alfred adressiert seinen Brief nun nicht mehr an Isabella P., sondern Isabella S. Sie haben also beide den Krieg gut überstanden und irgendwann zwischen 1945 und 1954 geheiratet Zweitens ist Isabella von Strahlung in Alfreds Heimatort, die Nachbargemeinde Hohenroth, umgezogen Drittens haben sie inzwischen eine Tochter Und viertens arbeitet Alfred nun wohl in der Nähe von Frankfurt, während Isabella mit dem Kind daheim in Franken geblieben ist Hier der Brief Schmitten, Mittwoch Meine geliebte Isa, hab eben deinen lieben Brief erhalten Ich will dir schnell einen Gruß schicken, damit du durch ein Zeichen von mir etwas in deiner Einsamkeit herausgerissen wirst Wollte dir noch Geld schicken, ob du das wohl schon hast? Nehmen an, du hast inzwischen schon etwas, oder? Wenn er heute kommt, mache ich ihm die Hölle heiß Er war seit einer Woche nicht mehr hier und macht es mir leicht, dass ich nächstes Jahr fernbleiben kann Also tue ich, was ich kann, dass das Geld bald ankommt, egal woher Willig habe ich gezahlt vorige Woche schon Mit ihrem Grad, da muss ich erstaunen Auch über den Musiker Edskorn Frag nicht mehr, wenn ich je mal wieder spielen sollte Wenn ich mal heimkomme, weiß ich noch nicht Wie bekommt der Gitter ihre Schule? Wenn ich im nächsten Jahre daheim bin, kennen wir auch niemand mehr Liebe Musch, nehme es nicht so tragisch Denke, in Frankfurt liebt dich einer sehr und brennt darauf immer bei dir zu sein Du warst am Sonntag auch schlechter Laune Jetzt bei dem Wetter mag es besser geworden sein Am Sonntag schreibe ich dir wieder einen großen Brief Tausend liebe Grüße, dein Herz, so Fred Soweit der Briefwechsel zwischen Alfred und Isabella Weiter geht es mit den Briefen von Isabellas Bruder Arno Arno muss etwas älter als seine 1925-26 geborene Schwester Isabella sein Denn 1942 ist er schon als Soldat an der Ostfront und somit damals mindestens 18 Jahre alt Viel älter als Isabella wird er aber wohl kaum sein Denn sein erstes erhaltenes Schreiben, eine Postkarte von Mai 1942 deutet darauf hin, dass er damals gerade als frisch eingezogener Rekrut erstmals in den Einsatz geschickt wird Es ist die Zeit der großen deutschen Sommeroffensive in Südrussland Als die Wehrmacht, die sich nach dem Scheitern ihres Blitzkrieges gegen die Sowjetunion vor Moskau Ende 1941 erholt und reorganisiert hat versucht die Initiative zurückzugewinnen Einige Monate lang verläuft die Offensive sehr erfolgreich Mehrere Millionen Rotarmisten werden getötet, verwundet oder gefangen genommen Die Nazis machen sehr große Geländegewinne erobern einige der wichtigsten sowjetischen Industrieregionen und erreichen den Kaukasus Schließlich macht sich aber eine Überspannung der deutschen Kräfte bemerkbar Zumal Hitler entschieden hatte, die angreifenden Armeen zwei zu teilen um zwei breit angelegte Offensiven gleichzeitig durchzuführen Seine Weigerung, einmal erobertes Gebiet wieder aufzugeben, um kürzere, besser verteidigbare Fronten zu schaffen führt schließlich dazu, dass Ende des Jahres die weit vorgestürmte 6. Armee in Stalingrad eingeschlossen und vernichtet wird Womit die Initiative im Osten endgültig an die Rote Armee übergeht, deren Übergewicht nun langsam immer erdrückender wird Doch im Mai 1942, als Arno P. seinen Eltern Nachricht von seiner anreisenden Einsatzort gibt, sieht die Lage für das Dritte Reich noch hoffnungsvoll aus Arno schreibt Russland, 27.05.1942 Liebe Eltern, die besten Grüße aus Russland sendet euch euer Sohn Arno Und gesundheitlich geht es mir noch sehr gut, was ich auch von euch allen hoffe Die Kost, die wir haben, ist sehr gut und sehr viel Heute ist es sehr heiter in diesem Karwagen Wir werden noch einige Tage fahren, bis wir an Ort und Stelle sind Briefe dürfen wir nicht schreiben, nur Feldpostkarten Auf Wiedersehen, euer Sohn Arno Erst vom 25.06.1942 gibt es dann einen ersten längeren Brief Arnos, in dem er schon von Heimweh geplagt ist Dass es streng verboten war, in Feldpostbriefen anzugeben, wo genau seine Einheit stationiert ist, scheint ihm übrigens nicht bewusst gewesen zu sein Liebe Eltern, da wir in unserem Bestimmungsort auf drei Wochen sind, so will ich euch wieder einen Brief schreiben Wir sind am 23. hier eingetroffen, wir sind in einer Siedlung 40 Kilometer von Stalino, das heutige Donetsk, entfernt Wir haben uns hier schön eingerichtet, schöne Wege von einem Haus zum anderen gemacht, ab Orte gebaut, Deckungsgräben gebaut und so weiter Morgen bekommen wir wieder militärische Ausbildung über Minensuchen und Gassperretruppe Hier sind viele Erzbergwerke, 20 Kilometer von uns ist schon eines, sind aber alle bis auf ein paar außer Betrieb Die russischen Flieger kommen bei Tag und bei Nacht auf allen Seiten brasseln die Bomben von uns nicht weit ab, aber treffen tun sie nichts von uns Wir sind ungefähr 60 bis 100 Kilometer hinter der Front Das Schießen hören wir noch nicht, ist auch gut Ich wäre lieber zu Hause bei euch und täte mit den Kühen fahren, als ich hier in Russland herumlaufe Gestern war Johanni und da wird bald die Ernte losgehen und ihr habt viel zu tun und ich bin nicht zu Hause Die Rüben werdet ihr schon gesetzt haben und das Futter wird wohl auch schon zu Hause sein Post habe ich von euch noch keine erhalten, sind jetzt bald 5 Wochen, sie liegt noch in Breslau Gestern ist unsere Feldpostnummer erst angemeldet worden, das dauert 2 Tage bis ihr nach Berlin kommt und das sind 2300 Kilometer, dann bekommen wir sie nachgeschickt Wir haben gestern Flugmarken bekommen, das bekommen wir alle Monat 4 Stück, da geht die Post viel schneller Ich tue eine euch beilegen, denn da habe ich auch euren Brief in 8 Tagen, dass ihr Bescheid wisst Da werde ich aber auch eine Freude haben, wenn ich meine Post und Päckchen auf einmal erhalten werde, denn was zu Hause vorgeht, weiß ich noch nicht, weil ich noch keine habe Die Kost geht noch, man wird noch satt Heute sind aber wieder 20 Mann bestraft worden, 3 Tage verschärften Arrest, weil sie ihre eiserne Portion gegessen hatten Ich werde mich hüten vorm Einsperr Eine Arrestzelle ist auch schon eingerichtet worden, der wird morgen schon besetzt werden Morgen müssen wir einen Schießstand bauen, da werden wir noch einmal Scharfschießen haben Was macht denn der Steinbruch, ist denn da noch einer drin oder nicht? Was machen denn meine Hasenkühe, sind sie noch alle am Leben oder sind sie kaputt gegangen? Wie viele Junge habt ihr denn davon gebracht? Lasst sie wieder Habt ihr schon einen Kasten machen lassen? Nun will ich schließen für heute, denn ich sehe nichts mehr Der Brief kommt aber erst am 28. mit dem Flugzeug fort, seht ihr mal, wie lange es braucht Viele Grüße an euch alle, besonders an kleine Rudi, auf Wiedersehen, Arno Der nächste Brief ist vom 5.07.1942 Arno befindet sich immer noch hinter der Front in einem Lager, an dem seine militärische Ausbildung vollendet wird Liebe Eltern, da heute Sonntag ist, so will ich euch wieder einen Brief schreiben Ich war heute nicht ausgegangen, es hat geregnet, war ein Gewitter Wir haben nachmittags einen Schafskopf gekauft und soeben haben wir zu Abend gegessen Es hat Brot und Butter und zwei so kleine Käschen gegeben und Tee war ganz gut Jetzt bekommen wir wieder 750 Gramm Brot pro Tag Das Essen ist ausreichend, überhaupt weil wir jetzt kein Rad mehr fahren Der Dienst ist auch nicht schwer, die ganze Woche haben wir nicht viel getan Gestern haben wir Schafschießen gehabt, den ganzen Tag waren wir unter den Bäumen gelegen und haben geschlafen Voraussichtlich werden wir noch 8 Tage hierbleiben, ob es dann weiter geht oder wir da bleiben, wissen wir noch nicht Wir sind in Gorlovka, 40 Kilometer von Stalino Die russischen Flieger kommen alle Tage Die Flak tut immer nach ihr Schießen, aber getroffen haben sie noch keiner, weil sie so arg hoch sind Heute früh waren wir noch im Bett gelegen, hat schon einer Bomben geschmissen Er hat wahrscheinlich ein paar Ölfässer getroffen, weil der Rauch so schwarz war Ein paar Tage vorher hat einer beim Tage drei Bomben abgeladen, nicht weit von uns auf russischen Häusern Die Russen haben aber geschimpft Heute früh haben sie massenhaft Flugblätter geschmissen, der ganze Himmel hat gewimmelt Zwei russische Jäger waren auch da, ziemlich tief Da hat aber unsere Flak ganz nah an ihr geschossen, dann sind sie aber abgehaut Bei uns sind italienische Jäger eingesetzt, die fliegen zu zwölft hintereinander Aber wenn russische Flieger da sind, sieht man keinen Italiener mehr fliegen Die kommen immer, wenn die Russen fort sind, wie es halt bei den Italienern immer war Wenn man die italienischen Posten immer sieht, haben sie ihr Gewehr über der Schulter hängen, die Mündung nach unten, die Hände in den Hosentaschen und Zigarette geraucht und am Gartenzaun gelehnt Gewehre haben sie so klein wie ein kleiner Zimmer stutzen, das ist so eine Bande Und zum anderen Thema, Post habe ich noch keine erhalten Vorgestern hat der Erste in unserer Abteilung einen Brief erhalten mit einer Luftpostmarke Habt ihr noch keinen fortgeschickt? Mit dieser Marke tut sie immer mit nach Speinfurt schicken, denn da geht es gleich mit dem Flugzeug weiter Nun will ich mein Schreiben für heute schließen und ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen Post erhalten werde Auf Wiedersehen, Arno Einige Wochen später, am 24.07.1942, berichtet Arno davon, dass er mit seiner Einheit das Ausbildungslager verlassen hat In den Kampfeinsatz muss er allerdings noch nicht, sondern wird vorerst zum Straßenbau hinter der Front eingesetzt Liebe Eltern und Geschwister, ich habe heute ein bisschen Zeit, euch einige Zeilen zu schreiben Wir sind schon acht Tage auf Straßenbau, haben schon 20 Kilometer fertig Wir sind in Debalze, wo 30 Kilometer von Gorlovka Wie wir hierher kommen, haben wir uns wieder in eine Siedlung eingerichtet Allerdings haben wir hier kein Stroh, wir liegen auf blanken Boden Das ist sehr hart und um 5 Uhr müssen wir aufstehen Um 7 Uhr geht es auf die Baustelle mit dem Fahrrad Mittags kommt die Feldküche hinausgefahren Um 3 haben wir Feierabend Dann haben wir unser Fahrrad und unser Gewehr zu reinigen Und eine halbe Stunde zum Waschen zu laufen Das Wasser ist sehr weit Wie wir so erfahren haben, soll es Anfang September wieder heimwärts gehen Oder es war, ist, weiß ich noch nicht Ob es war, ist, weiß ich noch nicht Eure Päckchen vom 4.7. habe ich erhalten Zuerst habe ich die drei mit dem schwarzen Kuchen Dann acht Stück Dann noch einmal sechs mit Zwieback, Süßstoff und Brause Tabak und... Besten Dank dafür Jetzt bekommen wir eine Mark mehr pro Tag für Frontzulage Und 20 Pfennig für Rauchwaren pro Tag Zwei Mark 40, aber die 20 Pfennig möchte ich nicht lieber Zigaretten Wir bekommen gar keine mehr Tut mir welche schicken Tut mir eine Raucherkarte vom Bürgermeister ausstellen Und die alte abgeben Hoffentlich habt ihr die Punkte nicht verfallen lassen Dann tut aller Tage die Rauchwaren kaufen Euren Flugfeldpostbrief habe ich noch nicht erhalten Vielleicht kommt er in den nächsten Tagen Otmar Hain war auch vier Tage in Urlaub, hat er mir geschrieben Nun will ich euch wieder weiterschreiben Ich bin heute 28.7. auf Wache und will den Brief weiterschreiben Wir sind schon wieder vorwärts gefahren 150 Kilometer Wir sollten nach Osthof kommen Wir haben schon einige Kilometer zuvor eine Straße machen Es wird wieder acht Tage dauern Am 26. sind wir hierher gekommen In einem volksdeutschen Ort Neudorf Da ist erst ein Soldat am 22. gefallen Neben der Straße ist sein Grab Er heißt Eugen Brückner Da waren die Russen vier Tage vorher noch gelegen Aber sonst müssen wir noch nicht schießen Viele Minen sind hier von den Russen gelegt worden Links und rechts der Straße ist alles vermint Nun will ich schließen für heute Hoffentlich bekomme ich auch bald wieder Post Auf Wiedersehen im September, Arno Im August schließlich kommt Arno erstmals in unmittelbare Front näher Als er nahe ans nach heftigen Kämpfen gerade erst von der Wehrmacht eroberte Krasenordar geschickt wird Er berichtet am 15.08.1942 Liebe Eltern und Geschwister Da wir wieder einige Tage Ruhe haben So will ich euch wieder einmal schreiben Wir liegen schon im dritten Tag hier und können auch noch acht Tage hier sein Wir liegen 20 Kilometer vor der Stadt Krasenordar Die musste dreimal genommen werden Jedes Mal haben die Russen sie wieder zurückerobert Seit vier Tagen ist die doch genommen worden Aber es gibt aller Tage noch Straßenkämpfer Denn die Stadt ist ungefähr so groß wie Nürnberg Und in jedem Haus liegen Minen neben uns lagen Männer von der Organisation Tod Die waren schon in Krasenordar Da haben die Russen zwei Omnibussen voll ganz zerschossen 30 Männer waren tot Es sind ganz alte Grauköpfe dabei Heute früh sind sie wieder fortgefahren Da hat ihr Offizier eine große Anrede gehalten Sie müssen außerhalb der Stadt in Quartier ziehen Und sie sollen sehr vorsichtig sein Denn es gibt immer noch versprengte Russen Die sich zusammen machen Und wieder das Schießen anfangen Sie haben nur noch Jagdflinten Sonst haben sie keine Waffen mehr Heute schießt die Artillerie nicht Vielleicht gehen die Russen doch wieder rückwärts Gestern hat es dauernd Trommelfeuer gegeben Wie wir erfahren haben Sollen wir am 3. September eingeladen werden Das wäre aber sehr recht Denn dann wir tun alle nichts Heute ist es wieder sehr heiß Es hat bestimmt wieder 60 Grad Wie weit wird es denn bei euch zu Hause sein mit der Ernte Hoffentlich seid ihr bald fertig Die Gegend hier wird doch ein wenig bebaut Meistens Gerste und Hafer Keinen Weizen und Korn sieht man in Russland nicht Meistens Mais und Sonnenblumen Sonst nichts mehr für heute Auf Wiedersehen Hoffentlich noch im September Arno Und ein Brief vom 25.08.1942 Liebe Eltern Habe eure 10 Päckchen Die letzten 5 mit schwarzem Fleisch erhalten Vielen Dank dafür Wir arbeiten schon 2 Tage nichts mehr Wir haben eine Brücke bauen helfen Bei den Pionieren Aber die mussten plötzlich fort Am nächsten Tag hat es eine Baukompanie übernommen Und die braucht uns nicht Das war eine schöne Arbeit Jetzt sind wir da und tun nichts Vielleicht haben wir heute noch Exerzieren Denn die Führer können uns nicht zusehen Wenn wir ruhen Dann werden die Gewehre staubig Dann müssen diese auch wieder gereinigt werden Und da gibt es immer Arbeit Elvira, Erna, Ludwina und Angela Haben mir auch geschrieben August Kaufmann ist auch eingerückt Zum Reichsarbeitsdienst Wohin denn? Tut es mir schreiben Musste Michaela auch mit Oder ist noch zu Hause? Soll nur froh sein Denn daheim ist immer noch schöner wie hier Hoffentlich kommen wir auch bald heim Der September ist bald da Wo wir stark hoffen Dass wir heimfahren Tut mir etwas schicken Das gegen den Durchfall ist Ich habe schon 4 Wochen Die Scheiße wie Wasser Wir haben wieder 2 Luftpostmarken bekommen Die tue ich behalten Denn wenn es heimwärts geht Kann ich gleich schreiben Tut meinen Anzug schön bügel Und dann alles zurechthalten Auf Wiedersehen Viele Grüße an alle Arno Am 19.09.1942 Hat Arno schlechte Nachrichten zu melden Bisher war er einer Einheit Des Reichsarbeitsdienstes zugeteilt Wo seine Aufgabe in Straßenbauarbeiten In relativer Sicherheit hinter der Front bestand Nun soll er allerdings In eine reguläre Wehrmachtseinheit kommen Was Kampfeinsatz bedeutet Liebe Eltern Die besten Grüße aus fernen Osten Sendet euch Arno Gesundheitlich geht es mir noch sehr gut Was ich auch von euch allen hoffe Wir sind noch in Abinskargar Und tun noch Munition verladen Vorgestern Nacht waren die russischen Flieger da Bis 3 Uhr früh Und haben so 100 Bomben reingelegt Ein rumänisches Munitionslager Haben sie auch getroffen Das die ganze Nacht brannte Die vergangenen Nacht waren zwei Stück da Um 8 Uhr und um 3 Uhr früh Mussten jedes Mal in Deckungsgraben Nun will ich euch eine Neuigkeit schreiben Da ihr staunt Gestern war der General da Der hat gesagt Wir werden in den nächsten Tagen Vom RAD entlassen Aber gleich eingekleidet Und zum Militär Und werden da ausgebildet Wir müssen den Winter in Russland verbringen Die Herren Führer und die Hilfsausbilder Die fahren natürlich nach Hause Was haben wir schon geschimpft Wir wollten doch heim und dann zum Militär Aber es ist nichts dran zu ändern Hoffentlich komme ich nicht zur Infanterie Ja, so ist die Lage Ich schicke euch eine Päckchenmarke Da tut ihr mir ein paar Handschuhe schicken Und einen Gips zum Rauchen Keinen so kleinen Und vor allem Zigaretten-Babierchen Ich habe nur noch ein Päckchen Aber was mit der Feldpostnummer wird Weiß ich noch nicht Vorerst schickt er das Päckchen Noch nicht, bis ich Bescheid schreibe Einer habe ich schon heimgeschickt Diese ist gerissen Müsste sie halt Müsste sie halt schön draufkleben Auf Wiedersehen, Arno Wer weiß, ob wir uns wiedersehen Hoffentlich bringe ich das Leben davon Seine Befürchtungen haben sich offensichtlich bewahrheitet Denn als er am 22.10.1942 Den nächsten erhaltenen Brief schreibt Ist er Soldaten einer regulären Wehrmachtskompanie Liebe Eltern Habe gestern euren Brief vom 25.09. erhalten Und daraus ersehen, dass ihr auf Post wartet Und kommt keiner Ich habe euch jede Woche geschrieben Nur vom 29.09. bis 8.10. Da waren wir fort Und ich hatte gar nichts dabei zum Schreiben Da habe ich aber gleich eine Luftpost fortgejagt Wir sind wieder versetzt worden zur 12. Kompanie Die Feldpostnummer bleibt, wie sie ist, nur in anderer Buchstabe E, also Soldat A.P. 32075E Wir werden wahrscheinlich Pferde bekommen Ein Pionierzug, ein Panzerjägerzug und ein Funkerzug wird unsere Kompanie werden Die Post, die ihr schon weggeschickt habt, tue ich auch bald bekommen Wir bekommen fast alle Tage noch Post von der alten Abteilung Josef Dämling habe ich auch getroffen Das habe ich euch geschrieben Viele Grüße an alle, auf Wiedersehen Vom 22.11.1942 Gibt es den nächsten kleinen Kartenbrief In dem Arno unter anderem berichtet Dass seine Einheit jetzt im Kaukasus stehe Der äußerste Punkt Den die deutsche Offensive von 1942 erreichen sollte Liebe Eltern Habe gestern die ersten sechs Päckchen erhalten Drei mit Küchle und Bourbons Die anderen mit Tabak, Zigaretten, Barbierchen und den Filter Besten Dank dafür Die Küchle waren sehr gut Vorgestern habe ich auch den Brief von Mariechen erhalten Bei uns hat es gestern das erste Mal geschneit Zuerst hat es geregnet Dann kam Schnee Genauso ein Sauwetter wie bei euch zu Hause Wir sehen die Berge vom Kaukasus Die haben schon acht Tage Schnee Genauso wie der Kreuzberg Habt ihr die 200 Mark schon erhalten Die ich euch am 12.11. abgeschickt habe In den letzten Luftpostbrief hatte ich auch 20 Mark rein Verzeihung wegen schlechter Schrift Meine Finger sind eiskalt Auf Wiedersehen Das nächste erhaltene Schreiben Ist ein Kartenbrief vom 9.01.1943 Damals wird gerade die 6. Armee Im Kessel von Stalingrad aufgerieben Und ziehen sich die nach Süden vorgestoßenen Wehrmachtseinheiten Wie das dem Kaukasus zurück Es ist der Wendepunkt des Krieges an der Ostfront Arno ist bei den mit diesem Rückzug einhergehenden schweren Kämpfen Offensichtlich leicht verwundert worden Denn in seinem Schreiben berichtet er von seiner Entlassung aus dem Lazarett Und von seiner Hoffnung in der allgemeinen Verwirrung Die Rückkehr an seiner Einheit noch hinausschieben zu können Liebe Eltern Heute bin ich vom Lazarett entlassen worden Zur Truppe nach Paschkowskaia Die ist aber nimmer dort So bin ich gar nicht hinaus Sondern bin nochmals im Lazarett geblieben Da habe ich wenigstens mein Bett Und muss nicht in der Frontsammelstelle In ein verlaustes Bett schlafen Ich will keine Läuse mehr Morgen gehe ich wieder zur Sammelstelle Und sage, die Kompanie ist fort Da sollen sie mich mehr machen, was sie wollen Ich weiß ja, wo die Kompanie liegt Aber solange ich es mir noch schöne Tage machen kann, tue ich das Wenn ich vorne bin, ist es aus Unsere Kompanie ist eingesetzt worden Denn die Russen sind ein Stück Aber nicht viel Das Marschziel war Anama oder Anapa Ich weiß nicht genau, wo es liegt Es liegt an der Küste vom Schwarzen Meer bei Noworossiysk Wenn ich bei der Kompanie angekommen bin Schreibe ich euch die neue Feldpostnummer Ich glaube, wir behalten die alte Heute hat es die ganze Nacht geschneit Die Russen haben heute erst Weihnachten Die nächsten erhaltenen Briefe gibt es erst wieder vom Sommer 1943 Damals sieht es zunächst nach einem Patt an der Ostfront aus Die Wehrmacht hatte sich nach der Niederlage von Stalingrad Und im Abbruch der Kaukasus-Offensive Zwar zunächst erheblich nach Westen zurückziehen müssen Schaffte es aber schließlich die sowjetische Gegenoffensive zum Stehen zu bringen Woraufhin sich Wehrmacht und Rote Armee Einige Monate lang an einer relativ stabilen und unbeweglichen Front gegenüberstanden Kein Wunder, dass Anu die Lage zunächst an den Stellungskrieg des Ersten Weltkriegs an der Westfront erinnert Im Juli 1943 aber kommt wieder Bewegung in die Situation Als die Deutschen mit dem Unternehmen Zitadella bei Kurs den letzten Versuch einer Großoffensive an der Ostfront unternehmen Und sich nach deren Scheitern in hohem Tempo vor der sowjetischen Gegenoffensive bis in die zentrale Ukraine zurückziehen müssen Davon weiß Anu freilich noch nichts, als er am 11.06.1943 nach Hause schreibt Liebe Eltern, habe heute euren Brief vom 25. Mai mit sehr großer Freude erhalten Vielen Dank dafür Daraus ersehen, dass drei Briefe auf einmal angekommen sind Da wart ihr aber froh gewesen, dass drei Briefe auf einmal gekommen sind Dortmals habe ich auch jeden Tag eingeschrieben Die Päckchen, die er am 21.05. abgeschickt hat, habe ich schon lange erhalten Die waren bald da Da habe ich drei Tage lang jeden Tag ein Kilo Päckchen erhalten Am Samstag und Sonntag eines und am Montag eins von Hilde Unsleber Auch mit schwarzem Fleisch Eine kleine süßliche Stelle Ein Päckchen Süßstoff Ein paar Brauser und ein kleines Blutwürsten Das war aber so fest, dass ich bald meine Zähne abgebrochen habe Dieses Päckchen hat gerade 14 Tage gedauert Die ledige Brigitte ist auch gestorben Richard Patscher ist jetzt entlassen, für den ist der Krieg aus Ihr schreibt, wenn ihr mir noch nur ein Leib Brot schicken könnt Das ist aber nun nicht nötig Das Brot tut mir jetzt reichen Im Gegenteil könnt ihr euch welches heimschicken Im Sommer isst man sowieso nicht so viel wie im Winter Jetzt wäre die dünne Suppe und das... Recht Im Winter hätten wir die jetzige Kost haben sollen Da hätten wir bestimmt keinen Hunger gelitten Ihr habt euch auch wieder eine Säule gekauft für 100 Mark Nun, das ist allerhand Geld Für die Lease habt ihr nur 200 Mark bekommen Das ist ja ein großer Unterschied Nun müsst ihr noch eine Säule kaufen Dass ihr nächstes Jahr eine Fette abliefern könnt Nun schreibe ich mit Bleistift Bei jedem Wort müsste ich in die Tinte tauchen Herrler ist auch immer kränklich Ja, der Schnaps und der Wein fehlt halt einem jeden Überhaupt den alten Leuten Ottmar war auch 14 Tage in Urlaub von Russland aus Ich werde ja auch bald kommen Ich rechne Ende Juli, Anfangs August, dass ich drankomme Jetzt ist es ein wenig ruhiger Bei uns bei Krimskajat, da klappert es jeden Abend Der Russe kann aber jetzt gar nicht mehr durchbrechen Das wird ihm nicht gelingen Jetzt haben wir den Stellungskrieg wie 1918 Denn angreifen können sie mit uns nicht mehr Der Angriffsgeist ist nicht mehr wie früher Jetzt sollte man halt noch die Soldaten haben wie 1940 Dann könnte man sagen, der Vormarsch geht weiter Die meisten sind ja nur noch junger Jahrgang 1923 und 1924 Und davon ist schon fast die Hälfte ausgefallen Mit uns können sie nicht angreifen Da sind wir zu wenig ausgebildet Die Stellung können wir ja noch halten Es sind doch sehr viele schwere Waffen da Die schießen etwas Russen kaputt Der Russe wollte schon zweimal probieren anzugreifen Ist aber gar nicht dazu gekommen Die Artillerie hat ein bis zwei Tage zuvor alles kaputt geschossen Die Überläufer haben ausgesagt Die Russen haben die meisten Ausfälle durch unsere Artillerie Vor drei Tagen habe ich auch noch alte Post von Februar erhalten Da werden die Päckchen auch noch kommen Meine Kameraden haben auch welche bekommen vom Januar Auch habe ich einen Brief von Mariechen vom 7.2. Als ich diesen gelesen hatte, habe ich mich sehr geärgert Als Arno sich am 27.7.1943 wieder meldet ist die deutsche Offensive schon zusammengebrochen und beginnt der Rückzug auch an seinem Einsatzort Liebe Eltern, die besten Grüße aus fernen Osten sendet euch Arno Gesundheitlich geht es mir noch gut, was ich auch von euch allen hoffe Was gibt es Neues bei euch? Rechts von uns ist der Russe durchgebrochen Am ersten Tag hatte schon im Wehrmachtsbericht geheißen Er wurde aus der Einbruchstelle herausgeworfen Das war aber nicht der Fall, er hockt heute noch drin Nun will ich schließen für heute und seid alle recht herzlich gegrüßt von Arno auf Wiedersehen Dann gibt es eine ganze Weile keine erhaltenen Briefe mehr Erst wieder vom 25.12.1943 Liebe Eltern, die besten Weihnachtsgröße aus fernen Osten sendet euch Arno Gesundheitlich geht es mir noch gut, was ich auch von euch allen hoffe Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag Ich sitze hier am Haus und habe ein wenig Katzenjammer Denn wir haben heute die ganze Nacht durchgemacht Ich bin vorgestern hier bei der Kompanie angekommen Der Spieß war froh, dass ich kam Ich musste gestern Nachmittag mit von Bunker zu Bunker und musste stille Nacht spielen und überall musste ich mit dem Christbaum voraus Das war eine schöne Beschäftigung Mit einem zweiräderigen Karren und einem Pferd sind wir von einer zum anderen gefahren Der Chef hat in jedem Bunker ein wenig gesprochen Dann sind wir heim und haben weiter gesoffen Unseren Spieß, einen ganzen Schnaps haben wir getrunken Heute Abend soll es weitergehen Rotwein haben wir noch Gestern hat es Kartoffelsalat und Kalbsschnitzel gegeben Heute gibt es Kartoffelklöße und Sauerbraten, war sehr gut Zu Weihnachten hat es auch viel gegeben In diesem Brief schicke ich einen Urlauber mit nach Hause, der morgen weggeht Zum Schluss wünsche ich euch allen ein recht gesundes, gutes, frohes und siegreiches neues Jahr Auf Wiedersehen, Ahnung Dann geht es im März 1944 erst wieder weiter mit einem Brief von seiner Schwester Isabella in dem er unter anderem auf das beigelegte Schreiben einer Freundin aus Strahlungen Bezug nimmt die sich darüber beklagt, dass sie für Isabella plötzlich Luft zu sein scheint Und schließlich meldet er im April 1944 an Malaria erkrankt zu sein und wohl nach Deutschland zu kommen Das wird von späteren Briefen Isabellas auch bestätigt Tatsächlich kommt er zur Behandlung nach Deutschland und dann auf einen Lehrgang, den er mindestens bis Anfang 1945 besucht Was danach aus Arno wurde, ob er nach Januar 1945 noch einmal in den Einsatz geschickt wurde und ob er die Endphase des Krieges unversehrt überstanden hat, weiß ich nicht Das ist um die Ereger verändringen, um die Menschen zu überlegen, wie die Menschen zu überlegen, die Menschen zu haben Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020